Hallo, hier ist der Arne aus Erlangen. Ich engagiere mich im Verein des Comic-Museums Erlangen und aktuell haben wir eine Ausstellung zu Independent Comics in Deutschland und zwar eine Zeitreise über 30 Jahre Gringo Comics. Unser Aktions- und Schauraum ist in der Schiffsstraße 9, einer sehr schönen Seitenstraße in der Erlanger Altstadt. Habt ihr Lust vorbeizuschauen? Wir haben immer Freitag, Samstag, Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 129 eurer Comic-Cookies, einem dieser vielen, vielleicht sogar ganz geilen Comic-Podcasts, die es gibt. Wir reden regelmäßig über Comics, machen das auch heute wieder. Wir sind vier Dudes, die jeweils zwei Comics am Start haben und am Ende so in einer gemeinsamen Besprechung in der Cookies Code Authority zu einem ganz konkreten Comic zusammen zu eskalieren. Wir haben dabei eine Menge Spaß und hoffen, dass ihr den auch habt. Wenn das so ist, dann meldet euch gerne mal bei uns. Wir freuen uns immer über Feedback. Wo, wie, was und wieso, wo, so bla. Guckt mal in die Shownotes, kriegt er raus. Erstmal liebe Grüße an den Andi, an den Breedstorm und an den Patrick. Moinsen. Servus in die Runde. Auf, auf und davon. Ich habe den Tod und die Welt überwundenen. Ja, cool. Mega. Ja, Breedstorm, erzähl mal, was hast du heute in Comics dabei? Ich habe dabei Judas aus dem Hause Crosscult und der Tod von Spiro aus dem Hause Carlsen. Fantastisch. Patrick, was hast du da? Ich habe von Carlsen Manga Kai Kissen von Satoshi Kohn und Dagobert und der Drache von Glasgow von Egmont. Was hast du, Kai Kissen? Kai Kissen, Kai Kissen, also Kai wie der Kai und dann Kissen nur mit einem S. Kai zurück ins Meer. Mega. Andi, was gibt es bei dir? Ich habe den ersten Band vom Manga Alice in Borderland, erschienen bei Hayabusa und dann den Comic Herzschlag vom Schwarzen Turm. Schön. Ich möchte sprechen mal wieder über Star Trek, eine Serie namens Resurgence und einen großen Klassiker und zwar Berlin von Jason Lutz. Am Ende gibt es noch eine gemeinsame Besprechung von dem Titel Unvermögen. Unvermögen ist erschienen bei Edition Moderne und von Andreas Kiener heißt der gute Mann nämlich. Und danach kriegt ihr dann noch so einen Ausschnitt eines Interviews, das ich mit dem Andreas mal geführt habe. Einfach noch hinten dran, als Bonus, einfach weil wir es können, weil wir Bock haben. Und vorher, da wollen wir mit euch über was reden, über das haben viele andere Menschen auch schon gesprochen. Insbesondere über die Leute, die, genau wie wir, immer mal mit sogenannten Rezensionsexemplaren ausgestattet werden. Rezensionsexemplare, auch Belegexemplare genannt oder kostenloser Comic. Das sind letztlich Comics, die Menschen zur Verfügung gestellt bekommen, die das in irgendeiner Form rezensieren und dann dafür nichts zahlen müssen. Es gibt da dann so verschiedene Regelungen dazu, wie das im Einzelfall aussieht. Und die, wie ich finde, mit am ausformuliertesten Regelungen dazu sind unter anderem die von Panini Comics, von denen wir tatsächlich relativ wenig Rezensionsexemplare auch direkt beziehen, obwohl wir das könnten. Und effektiv ist das so, dass das Comics sind, die fragen wir meistens zumindest relativ konkret bei Menschen an, häufig direkt bei den Verlagen oder eben Presseleuten von diesen Verlagen. Und kriegen die dann zugesandt. Wir haben im Regelfall offiziell kein Eigentum an diesem Comic. Ja, also könnten die deswegen eigentlich nicht offiziell und legal wieder verkaufen. Aber genau genommen merkt das, würde das auch kein Mensch merken. Aber ist ja auch völlig irrelevant, denn es geht einfach nur darum, dass wir vorab diese Comics bekommen. Menschen quasi als Dauerleihgabe, die lesen können und dann halt in einem jeweiligen Outlet drüber sprechen können. Menschen machen das auf YouTube, in Podcasts oder eben ganz oft auch schriftlich. Und das ist ein Riesenthema, weil damit viel einhergeht, viele Gedankengänge einhergehen. Unter anderem auch die Frage, ist man vielleicht bestechlich in irgendeiner Form? Wer kriegt Geld dafür? Wer kriegt kein Geld dafür, dass er diese Besprechung macht? All das sind Dinge, die wir jetzt vorab mal so ein bisschen mal so unter uns mal ausklamüsern wollen. Denn wir haben hier in dieser Ausgabe, in der wir mindestens mal neun Comics besprechen werden. Davon werden, wenn ich richtig gezählt habe, vier Stück. Und es wären fast, ne Quatsch, es sind fünf Stück und es wären fast sechs Stück geworden. Haben wir vorab kostenlos bekommen, also als Rezensionsexemplare. Und das ist ein Konzept, das ist also der Form, jetzt hier bei den Comic-Cookies so intensiv, lange nicht der Fall gewesen. Und deswegen wollten wir einfach mal das zum Anlass nehmen, mit euch ein bisschen unsere Perspektive auf sogenannte Rezensionsexemplare besprechen. Ja, und das war ja unter anderem auch eine Frage, die beim großen Talk in Erlangen kam vom Moderator, als wir da auf der Bühne saßen und ich auf der Bühne saße. Und da ging es um den Comic-Podcast, den Comic-Blogs und so weiter. Und er fragte so ein bisschen, warum man was anfragt und ob das auch einen gewissen Druck aufbauen würde, wenn man dann eben was anfragt. Ich glaube, was das Thema Druck angeht, Breedstorm, da kennst du dich auch ganz gut aus. Du hast von uns allen wahrscheinlich so ein bisschen die längste Karriere hinsichtlich Rezensionsexemplaren auf dem Schirm oder in der Vita viel eher. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn deine Perspektive auf diese Rezensionsexemplare? Was hast du denn alles schon so gemacht? Und gab das eventuell auch eine Drucksituation mal in deinem Leben? Also ich hatte ja angefangen, kleinere Rezensionen im Panini-Forum zu schreiben und dann irgendwann auch über die Comic-Community, also was Steffen Liebschner hier, der ja auch den Podcast mitbegründet hat, der ja gemacht hat, die Platz von damals. Und da hat Steffen gesagt, hier, falls du irgendwas lesen möchtest, da was zu schreiben möchtest, kannst du es bei mir auf dem Blog tun. Und dann fordern wir das als Rezensionsexemplar an. Ob es natürlich dann kommt, war immer unklar. Also es hat aber die meiste Zeit tatsächlich auch geklappt. Gerade am Anfang war das aber so ein, okay, du kriegst einen Comic und sollst was dazu schreiben und dann kannst du dem behalten. Seltsames Konzept, aber okay. Ich fand das okay, weil in eine sehr gute Ausgieberezension steckst du natürlich auch einen Haufen Arbeit. Also natürlich, das Lesen sollte natürlich im Idealfall eine Freude sein. Aber wenn du was dazu schreiben sollst oder andere machen Videos dazu oder wir machen einen Podcast dazu, dann steckt da schon viel Arbeit drin, speziell mit Technik und so. Und insofern finde ich das vollkommen okay. Weil das dann doch tatsächlich einiges ins Geld geht. Und es ist ja genau bei der Comic-Community, genau wie bei uns jetzt gewesen. Also das ist jetzt nichts, wo wir irgendwas mit verdienen. Also ich habe noch nie für eine Rezension irgendwie von irgendwen Geld bekommen, sondern sowohl für einen Blog, für eine Webadresse, für Technik, für die verschiedenen Programme, die du nutzt, um den Podcast hier professionell klingen zu lassen. Alles kostet Geld und insofern finde ich das vollkommen legitim, dass man sagt, okay, wir berichten jetzt halt irgendwie und wir möchten, dass ihr schnell was dazu berichtet. Wenn ihr das lesen möchtet, schicken wir euch das. Ich hatte dann eine Zeit lang allerdings tatsächlich zu viel Rezensionen gemacht, sodass ich irgendwann das Problem hatte, dass es sich anfühlt wie Arbeit. Also da kamen monatlich mehrere Comics und vielleicht lag es an meiner Lebensphase, dass ich gerade ein bis zwei Kinder hatte und dadurch generell weniger Zeit. Aber irgendwann wurde das zu viel und da habe ich dann auch das Ganze sehr stark reduziert. Ich finde es nach wie vor vollkommen okay, wenn man das macht. Man sollte es natürlich dazu sagen. Und ja, was ist eure Meinung dazu? Ich würde gerne nochmal nachhaken, was konkret hast du dir denn immer angefordert, auch mit welcher Motivation, weil du es interessant fandest oder weil du einfach eben das Lesen, aber kein Geld dafür ausgeben wolltest. Und wenn du dann da was angefragt hattest, hast du dich irgendwie in der Bringschuld gesehen, vielleicht sogar positiv drüber zu sprechen? Nee, das tatsächlich nie, weil ich nicht so exzessiv bestellt habe, wie das vielleicht, wenn ich so bei der einen oder anderen Verlagsbedingung nachlese, bei anderen der Fall war. Also ich habe eigentlich immer Sachen gestellt, wo zu erwarten ist, dass ich sie auch wirklich gut finde. Und dadurch kommt tatsächlich auch nahezu selten ein wirklich schlimmer Verriss zusammen. Also es wäre dann wirklich, ja, wenn ich ein Genre rezensieren müsste, was mir von vornherein nicht gefällt und so weiter, das war dann nie das Problem. Und also mich hat nie in den ganzen Jahren von unterschiedlichsten Verlagen irgendjemand unter Druck gesetzt. Dann würde ich wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit beenden wollen. Also das wäre jetzt nichts, was mir irgendwie Spaß machen würde, wenn mir einer sagt, du musst das gut bereden oder so, da hätte ich keine Lust zu. Aber natürlich, man guckt schon, was liegt einem, wo kennt man sich aus, was mag man? Und man will den Leuten ja gerne auch was Positives rüberbringen. Das meinte der Alex Jakubowski bei der Runde nämlich auch, dass du tendenziell natürlich eher positiv über Rezensionscomics sprichst, weil du halt dir Dinge anfragst, auf die du ja tendenziell sowieso Bock hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei ist, was dir gefällt, die ist halt recht hoch. Pettig, wie ist es bei dir? Du hast auch schon das ein oder andere Rezensionsexemplar bekommen, stellst du heute auch wieder was davor. Was für eine Perspektive hast du darauf? Ich verstehe auf der einen Seite das, was du sagst. So von wegen redet man da positiver, aber ja, ein bisschen schwingt da schon was Positiveres mit, weil man kennt viele Leute aus der Branche. Das hat man ja auch an deiner Rezension letztens gemerkt, wo du dich schwer getan hast, was vom Schwarzen Turm dann schwerer zu bewerten, beziehungsweise wo es dir irgendwie leid getan hat. Weil wir auch irgendwo so eine Art Auffangenheim für Tiere sind oder für Comics, die dann jeden Comic dann doch irgendwo was abgewinnen können, selbst wenn uns da nicht alles dran gefällt. Aber ja, ich frage auch in der Regel nur die Sachen an, wo ich sagen würde, okay, das hätte ich mir jetzt auch sowieso gekauft. Also bei mir ist es mittlerweile oft Neil Gaiman, wo ich Rezensionsexemplare kriege oder eben irgendwas Horrormäßiges. Also so Sachen, die auch in unserer Bubble sind, wo wir auch ein bisschen zu abnerden können. Da ist ja etwas Experimentelles dabei, sondern wir wissen von vornherein, okay, das könnte unseren Geschmack ganz gut treffen. Es gibt ja verschiedene, sagen wir mal, Möglichkeiten von Rezensionsexemplaren und warum man was wie anfragt. Also der Klassiker ist ja der, dass wir oder ich oder wer auch immer geht halt durch zum Beispiel die Kataloge durch, die die Verlage anbieten. Und wenn da was Interessantes bei ist, dann habe ich es auf dem Schirm und in vielen Fällen fange ich es dann auch proaktiv direkt an. Es gibt auch so Beispiele, das macht zum Beispiel Egmont relativ ausführlich und Carlson auch gelegentlich, die sehr gezielt auch für einzelne Comics quasi Werbekampagnen fahren. Und dann ist da schon einfach ein Marketing-Schwerpunkt letztlich da und auch da kann man dann was machen und kriegt dann häufig die Rezensionsexemplare angeboten. Und dann gibt es das Konzept, was ich persönlich am allergeilsten finde. Das ist so ein bisschen eine Mischform aus allem. Ich brauche nämlich zum Beispiel nicht diese ausgedruckten, also diese Papierform-Comics, die brauche ich gar nicht so unbedingt. Ich finde es halt schön, wenn ich PDF-Dateien bekomme. Und das macht ja unter anderem der Philipp Kolek auch ganz gern, der bei fast jeder E-Mail, die er schreibt zu den unzähligen Verlagen und Comics, die er da entsprechend auch vertritt, immer auch einen Link schon mit dabei packt, wo du dir die PDF-Datei komplett angucken kannst. Das ist quasi den kompletten Comic-Digital. Und dann habe ich hier mein 10-Zoll-Display-Tablet und dann geht es halt los und dann gucke ich mir das an. Und da ist dann so, dass ich keinen Druck verspüre, zwangsläufig drüber zu sprechen. Wenn ich es wirklich schlecht finde, dann würde ich da halt das entsprechend dann auch wahrscheinlich gar nicht hier zum Thema machen, sondern nur mit Dingen rauspicken, die ich wirklich sehr ansprechend finde. Und das finde ich sehr angenehm, wenn du diesen Zugang hast, der natürlich auch mit einer gewissen Vertrauensebene Basis einhergeht, weil die davon ausgehen können, als Verlag, dass diese PDF-Dateien jetzt auch eher nicht, also mir ist es noch nicht passiert, dass ich das irgendwo gesehen hätte, im Internet plötzlich aufpoppen und dann irgendwie die Verkaufszahlen drunter leiden. Ganz im Gegenteil, du kannst dann zusätzlich sogar in vielen Fällen noch das gedruckte Buch anfordern, wenn du das möchtest. Aber ich genüge mich, wie gesagt, oft mit der PDF. Und ja, das finde ich, ist ein schönes Konzept. Ich weiß, der Splitter-Verlag hat da vor einiger Zeit auch eine Änderung gehabt. Die waren früher deutlich freigiebiger mit ihren Rezensursexemplaren. Da hast du wirklich auch, egal wie groß die Website schon fast war, der Telestabdisch zum Beispiel ist ja ursprünglich aus geekwhisper.de entstanden und die wurden schon großzügig beliefert mit diversen Sachen vom Splitter-Verlag. Da sind die deutlich selektiver inzwischen und stellen halt bei solchen Anfragen jetzt inzwischen auch nur noch PDF-Dateien zur Verfügung. Wenn wir, weil wir den Max zum Beispiel auch kennen vom Splitter, keine Ahnung, zweimal im Jahr was gezielt anfragen, dann kriegen wir das dann schon. Aber wir sind halt eben auch Deutschland's ältester Comic-Podcast. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen eine Reputation, die da mit einhergeht. Aber ich stimme dem Breedsum zum Beispiel zu, dass wir diese Bringschuld nicht hätten, dieses wir müssen positiv drüber reden. Das hatte ich noch in keinem Fall. Es gab eher mal so die Resonanz eines Verlages, jetzt so eine Besprechung, die wir gemacht haben, wo die sich halt, die waren mit der Qualität der Besprechung dann vielleicht nicht einverstanden oder hätten halt gern noch die ein oder andere Klarstellung gebracht oder so. Aber das ist auch ein Stück weit ja dann das Risiko, dass die eingehen, wenn die Bücher, also uns Bücher zur Verfügung stellen. Andi, du hast heute zwei Rätsel-Exemplare mit am Start, auch unterschiedlichster Art. Erzähl doch mal, wie ist denn deine Perspektive auf das Thema? Du hast in den letzten Monaten ja auch immer mal eins gehabt. Genau, ich habe früher, um da jetzt mal einen Blick in die Vergangenheit zu machen, in meinem ersten Podcast namens Das Alles haben wir ja auch, oder ich hauptsächlich, auch immer mal wieder Comics besprochen, weil wir war kein expliziter Comic-Podcast. Da hat irgendwann Stefan Dinter von Zweichel zu mir gesagt, du weißt schon, dass du auch Rezensions-Exemplare dir bestellen kannst bei den Verlagen und so. Aber da hatte ich immer so dieses Gefühl, naja, wir sind kein echter Comic-Podcast. Ich käme mir jetzt halt komisch vor, mir einfach nur Gratis-Comics schicken zu lassen, wo wir gar nicht so das explizite Comic-Publikum zwingend ansprechen. Deswegen habe ich das früher nie gemacht, mich da auch nie mit beschäftigen, nie drum gekümmert. Jetzt mit den Comic-Cookies ist das ja auch hauptsächlich über dich, Andi, weil du diese ganzen Kontakte ja auch hast und so. Also ich kenne keinen von diesen ganzen Menschen. Das Einzige, was ist, dass ich irgendwie von Dantes die E-Mails bekomme. Das ist der einzige Verlag, wo ich direkt selber in einem Verteiler drin bin. Aber ja, was ihr das auch alles schon gesagt habt, also wenn ich was sehe, wo ich schon selber irgendwie eine Erwartung habe, dass ich das gut finde oder dass ich das eben gern besprechen möchte, dass ich es gern lesen und auch gern darüber reden möchte, dann lasse ich das dann halt mal anfragen und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Und ich sehe das ähnlich wie du, Andi, was du gerade gesagt hast. Wenn halt so ein PDF kommt, dann, also, ja, ich weiß nicht, also wenn ich es direkt anfrage und mir wird nur ein PDF zur Verfügung gestellt und kein physisches Exemplar, dann würde ich es trotzdem besprechen, weil ich es ja einfach selber direkt angefragt habe. Wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, wenn du in so einem Verteiler drin bist, wo der Verlag dir einfach irgendwas schickt, ungefragt, dann würde ich jetzt auch keine Verpflichtung sehen, irgendwas zu besprechen. Und bei physischen Exemplaren, also bis jetzt habe ich immer physische Exemplare bekommen, wie gesagt, dann habe ich die ja mit der Intention angefragt, dass ich auch darüber reden möchte. Die zwei, die ich jetzt heute habe, die sind ja auch ein bisschen so eine Mischform. Der eine Comic ist was, wo ich aktiv gefragt habe, wo ich gesehen habe, auf der Website, die bringen den raus und ich dann gefragt habe, wenn die ein Rezensionsexemplar hergeben, würde ich den gern besprechen. Und das andere war ja eine Presse-E-Mail, wo das angeboten wurde, auf die wir dann reagiert haben und gesagt haben, gut, dann würden wir den besprechen. Das klingt interessant. Und ja, von daher, bezahlen lassen würde ich mich dafür auch nicht. Also da hätte ich gar keine Lust drauf, irgendwie da irgendwelche Bindungen einzugehen, an den Verlag irgendwie Verpflichtungen einzugehen, auch was die Art der Besprechung angeht, dass man irgendwas dann mehr bewerben als besprechen muss oder auch kritisieren kann. Und von daher, wir sind hier immer ehrlich mit unserer Meinung und das ist ja auch das Ziel der Sache. Und manchmal kann es natürlich auch passieren, dass man irgendwas bestellt, von dem man sich was Besonderes erwartet hat und dann ist man ein bisschen enttäuscht und dann muss das in so einer Besprechung dann meiner Meinung nach auch rauskommen. Das, was der Breedstorm vorhin erwähnt hat, ist das so das, was ich mir immer so bei anderen vorstelle, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, okay, die lassen sich einfach alles schicken, was es gibt. Und dann kommen sie nicht mehr hinterher, das Besprechen, oder müssen dann einfach alles besprechen, was sie geschickt bekommen haben oder keine Ahnung. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Also ich mache dann eher so einzelne ausgewählte Comics, die ich dann halt mal als Rezensionsexemplar bespreche. Gerade da, und das ging mir tatsächlich ja zu Beginn auch so, als ich für diese Website noch sehr viel gemacht habe, da habe ich mir im Monat von Panini, das war halt wirklich so das Hauptding, weil Panini war mein Einstiegsdroge, sorry, ist halt so, da habe ich mir Sachen schicken lassen. Ich habe quasi DC komplett gekauft, privat. Und als dann die Möglichkeit im Raum stand, okay, ich könnte mir aber auch, keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf und zehn Rezensionsexemplaren von Panini schicken lassen, das war auch finanziell einfach ein Anreiz, das zu tun, weil ich dann halt das Geld dafür nicht ausgeben musste. Und habe dann eben auch, und machen wir uns nichts vor, auch nicht alles, was bei DC erscheint, ist geil. Habe mir dann da auch Dinge natürlich durchgelesen und rezensiert, die ich eigentlich scheiße fand. Und habe dann auch diese Drucksituation verspürt, von der Breed Zone jetzt zum Beispiel auch gesprochen hatte. Aber ich finde, das ist natürlich auch für viele, gerade die so im großen Stil viel anfordern. Und das habe ich bei einigen YouTubern zum Beispiel das Gefühl, dass es bei denen natürlich schon durchaus so ist, dass da einfach die finanziellen Anreize eine große Rolle spielen. Panini zum Beispiel, die stempeln ihre Comics ja ab. Da ist so ein Stempel drauf. Rezensionsexemplar. Und ich sage mal so, da ist halt dann wirklich auch in den Bedingungen, in denen du eingehst, bei Panini das Ding zu bekommen, dass du die eben behältst, nicht weiterverkaufst und so. Und ich hatte mal die Situation, dass ich halt so eine ganze Longbox voll hatte mit den Dingern. Und du kannst damit nichts anfangen. Und dann habe ich mit dem Steffen Volkmann, der die PR für Panini macht, mal auch gesprochen. Und da haben wir da halt eine individuelle Lösung gefunden, was mit diesen Comics passiert. Und du kannst sie halt nicht einfach so auf Ebay verdicken. Und sollst du und darfst du auch nicht aus diversen offensichtlichen Gründen. Es geht weder darum, dass du deinen Blog refinanzierst und du willst ja auch gleichzeitig nicht den quasi Comic-Markt kaputt machen, in dem Sinne. Das ist nicht der Sinn und Zweck von diesem Exemplaren. Also musst du da irgendwie eine Lösung finden. Bei mir ist ein repräsentativer Teil in der Jugendbibliothek gelandet, zum Beispiel. Aber achtet mal drauf, wenn ihr günstige Panini-Comics im Internet kriegt, ob da nicht oben auf den Seiten, also nicht auf dem Front, nicht auf dem Backcover, sondern von oben drauf gesteppelt auf die Papierseiten, dieser weiße Teil quasi zwischen den Buchcovern, ob da nicht irgendjemand vielleicht das Rezensionsexemplar-Steppelchen wegradiert hat oder so. Das hatte ich schon, ist mir schon aufgefallen. Und es gibt Leute, die machen da durchaus Dinge, die nicht fein sind, liebe Leute. Und deswegen finde ich ja persönlich diese PDF-Option ganz gut, die ich auch gerade bei kleinen Verlagen gerne mal anfrage. Halt gezielt hier, PDF reicht mir völlig. Leute, macht euch jetzt mal keinen Kopf oder so. Oder wenn ich Interviews vorbereite, ich habe zum Beispiel aktuell, lese ich diesen Stockhausen, der ist jetzt bei Karlsson erschienen letztes Jahr. Und da werde ich die Tage ein Interview machen, das könnt ihr im April dann irgendwo hören. Da reicht mir zur Vorbereitung völlig diese PDF-Datei oder so. Aber, und das muss man natürlich sagen, eine Rezension von einem Comic, der sich jetzt rein auf den Inhalt stützt, nämlich auf die quasi Geschichte oder und das Artwork, die kann ja gar nicht vollständig sein. Das heißt also, ich kann nichts zum Papier sagen, nichts zur Verarbeitung sagen. Natürlich wirkt ein Artwork nochmal ganz anders und geiler und größer. Wenn ich zum Beispiel so ein großes Splitteralbum in der Hand habe, was ja immer doch irgendwie dann eine gewisse, also es ist ja beeindruckend irgendwie auch so ein Ding in der Hand zu haben, im Vergleich dann zu meinem 10-Zoll-Tablet. Und das ist halt ein Aspekt, der dann natürlich total untergeht. Und wir haben ja auch viel digital gelesen. Ich weiß, bei dir zum Beispiel, Breedstorm, auch liebe Grüße da mal an die Jungs vom Plem Plem Verlag, die uns ja tendenziell eigentlich nur mit PDF-Dateien ausstatten. Aber das ist schon eine andere Art von Comic-Genuss und auch Rezension, oder? Ja, deswegen habe ich für mich persönlich so den Gedanken gefasst, also wenn das wirklich ein großer Verlag ist, der sehr, sehr viel Geld damit verdient, dann finde ich das schon ganz gut, wenn da was auf Papier kommt, weil man will ja auch beschreiben, was ist das für ein haptisches Erlebnis, ist das überhaupt das richtige Format, in dem das drin ist? Und generell lese ich halt auch lieber auf Papier. Wenn das aber ein Independent-Verlag ist, oder wie wir es jetzt haben, dass wir alle vier was lesen wollen, dann ist das vollkommen okay als PDF. Aber ich würde jetzt nicht für einen Nummer-eins-Seller-Verlag in Deutschland sagen, ja gut, schickt mir halt eure PDF. Ich würde auch gerne was dazu sagen, weil ich werde auch später bei unserer CCA-Besprechung auch da nochmal darauf zurückkommen, wie die Leseerfahrung vielleicht unterschiedlich ist zwischen dem PDF und dem gedruckten Comic. Aber ich war tatsächlich schon häufiger überrascht, weil, wie Brice eben gerade gesagt hat, die Besprechungen, die wir gemeinsam machen, damit wir sie eben auch alle gemeinsam überhaupt lesen können, greifen wir da häufig eben auf PDFs zurück. Und ich war schon häufig dann überrascht, wenn ich dann im Comic-Laden das gedruckte Buch gesehen habe, dass es deutlich größer war, als ich es mir vorgestellt habe, oder kleiner, oder irgendwie halt anders, als ich es jetzt so aus dem PDF mir gedacht habe. Und ja, wie gesagt, später bei der CCA möchte ich auf den Punkt dann nochmal zurückkommen in der Diskussion. Und gerade so Leute wie Marc-Antoine Mathieu funktionieren für mich im PDF-Format nicht so wirklich, weil das musst du quasi im Haptischen erleben, weil er da so viele Spielereien drin hat. An sich ist das mit der PDF-Datei echt eine schöne Sache, die sogar Danny Books, also Janu Roli, da übernommen hat. Also wenn du bei ihm einen Comic bestellst, du kriegst da erstmal direkt die PDF-Datei mitgeschickt, dass du schon mal den als PDF lesen kannst. Und dann kannst du dir das Buch, wenn du es weiterverkaufen willst, quasi original verschweißt, erstmal ins Regal stellen. Aber ja, wir wollen ja nicht kommerziell sein. Aber ich finde das an sich einen netten Zug vom Janu Roleder, also von Danny Books, dass er auch diese Option anbietet. Und auch CrossCult bietet ja einen Online-Verkauf an. Also, dass da Sachen als PDF bereitgestellt wird. Das ist jetzt nicht mehr nur eine Comic-Kritiker-exklusive Sache, sondern die haben auch gemerkt, dass viele auch die PDF-Datei einfach nur brauchen, beziehungsweise denen das genügt. Ja, ist halt auch spannend. Also als Backup kann ich es verstehen. Oder ich kannte auch mal jemanden, der hat sich, wenn er sich so die Marvel-Issues gekauft hat, der hat die immer gleich direkt verpackt, ab ins Regal, gar nicht jetzt angepackt, weil die eben halt einen Sammlerwert für ihn darstellten. Und parallel dazu dann halt immer das digitale, digitale Ausgabe gelesen. Da finde ich das schon gut. Aber es ist tatsächlich einfach auch ein anderes irgendwie Erlebnis. So, und das ist ein bisschen eine Frage, wie man auch die Wertigkeit des gedruckten Buches so wahrnimmt und was man für Ansprüche an einen Comic vielleicht auch hat und so. Ja, und wie es dann eben letztlich auch wirkt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt so ein Manga schwarz-weiß, ich sehe keinen Grund, den nicht auf dem Tablet zu lesen, die sind alle gleich verarbeitet. Also macht mir nichts vor. Jetzt vielleicht bis auf den einen Band, der halt dann mal ein Umschlagcover hat und mal nicht, sind die wirklich alle identisch, soweit ich das kenne, egal von welchem Verlag. Und das ist dann schon vielleicht da ziemlich egal. Ja, bei anderen ist es eben ganz unterschiedlich. Und ich finde, das ist einfach mal eine Sache, die wollte ich mal thematisieren hier. Ich habe zum Beispiel auch einen YouTuber, zu dem wir einen ganz guten Draht haben, hier bei den Comic-Cookies. Der hat mal gemeint, dass er recht enttäuscht war, als dann der Verlag plötzlich meinte, sie könnten ihm nur noch PDFs zur Verfügung stellen. Und da hat er halt dann das abgebrochen, über die Dinge zu berichten, weil er sagt, er möchte diese Bücher auch in die Kamera halten. Und er möchte halt eben kein Tablet in die Kamera halten und wollte auch keine andere Lösung dafür finden, das irgendwie einzublenden. Das sind alles Punkte, die kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn man dann parallel dazu aber sieht, dass beispielsweise CrossCult jetzt auch wieder die Preise angepasst hat, weil es einfach teurer wird, Comics zu produzieren, das levelt sich zwar gerade wieder ein, aber man kann sagen, alle Comics sind jetzt in einem einmaligen Schritt, haben alle Verlage ihre Comic-Preise einmal leicht erhöht. Es scheint jetzt vorerst keine weitere Erhöhung zu geben, aber das ist einfach so ein Ding, es sind einfach teuer, Comics zu produzieren. Und ich weiß zum Beispiel auch, ohne jetzt den Namen zu nennen, dass andere Pressevertreter gegenüber ihrem Verlag immer wieder argumentieren müssen, warum sie überhaupt Rezensionsexemplare noch verschicken. Da gibt es einen recht großen Verlag, die stellen bundesweit für alle Outlets, die es gibt, PR-Outlets, gerade mal 50 Presse-Rezensionsexemplare pro Comic vor. Das liegt einfach auch daran, dass sie einen riesen Output haben jeden Monat, aber das ist so ein bisschen, da muss man irgendwann auswählen, weil es gibt mehr als 50 Leute auf der geliebten Welt, die über Comics reden. Das sind ja nicht nur Podcaster und YouTuber und Blogger, das sind eben auch Zeitschriften, TV-Sender, Radio-Sender, das sind auch Leute, die auf Instagram eine große Reichweite haben und da was machen. Also da wird inzwischen natürlich auch ein Stück weit geguckt, okay, was ist überhaupt hier zielführend und was eben auch nicht. Ich finde es immer ganz spannend und ich sage mal so, liebes Publikum, bei uns könnt ihr euch versichern, dass wir tendenziell wahrscheinlich wirklich wenig anfordern und wir alle unabhängig von unserem Bezug dieser Exemplare auch noch eine relevante Menge an privatem Geld in Comics stecken. So viel sei an der Stelle mal versichert. Es ist bei den großen Verlagen, was du gerade gesagt hast, natürlich auch noch ganz, du musst mir so ein bisschen auch noch mitbedenken, weil du gesagt hast, die 50 Stück und mehr machen sie nicht. Da kommt ja natürlich dann auch noch die Zeit und Kosten für Verpacken und Verschicken mit dazu. Du musst ja auch noch jemanden abstellen, der das Ganze dann ja bearbeitet, der die Anfragen bearbeitet, der die Adressen ausdruckt, aufschreibt, was haben wir denn das ganze Zeug verschickt. Also das sind ja nochmal zusätzliche Kosten zu diesen 50 Comics, die verschenkt werden, auch noch mit dabei. Und da ist sicherlich auch irgendwann einfach eine Grenze erreicht, was da tatsächlich sinnvoll ist an Investitionen. Das stimmt absolut. Da weiß ich auch von einem großen Verlag, die das alles selbst machen, die das nicht abgeben können. Also wenn, keine Ahnung, wenn du was von Reprodukt was kriegst oder von Edition Moderne, das läuft alles über PPM. Da kriegst du einfach, das sieht aus wie eine sticknormale Bestellung. Ja, als ob du das irgendwo online bestellt hättest. So kriegst du es geschickt, nur dass in der Rechnung, die dabei ist, halt irgendwas mit Rezensionsgedöns steht. Aber bei Panini bin ich mir sehr sicher, zum Beispiel, dass die, da haben extra Praktikanten. Das ist deren Aufgabe. Die machen nichts anderes, als im großen Ziel das einzupacken. Und dann kriegst du halt auch mal Exemplare, die vielleicht schon mal einen Rücklauf hatten, die also mal einen Dämpfer hatten, einen Stoßdämpfer oder so. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich hab da halt auch schon Comics in der Hand gehabt. Die haben definitiv City irgendwo mal runtergeknallt und waren quasi so nicht mehr neuwertig verkaufbar. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Riesenmehraufwand für viele Verlage. Absolut. Ich erinnere nur an das Pendeln Erlang. Da hat Sandra auch gesagt, dass sie in so einem Artikel, den sie da schreibt, auch locker mal sechs Stunden Zeit investiert. Also das ist auch von unserer Seite dann eine Investition an Zeit, um das Ganze irgendwie aufzuarbeiten, aufzubereiten. Vor allem wir haben hier das Medium Bild oft nicht dabei. Deswegen müssen wir da auch groß umschreiben, damit die Leute da hoffentlich ein Bild im Kopf davon haben, was da passiert. Also wir können dann nicht mit Bildern das noch untermalen, im Gegensatz zu den ganzen Online-Journalisten. Und auch die müssen dann erstmal die Bildrechte anfragen, bis das alles okay ist. Schön. Das waren so ein paar Gedankengänge von uns zu dem Thema Rezensionsexemplare, das ich schon relevant finde. Das gehört auch ein Stück weit zu meiner Auffassung von Transparenz auch dazu, dass wir uns dazu mal austauschen. Wenn ihr da noch Ideen und Meinungen habt, dann tauscht euch da auch gern mit uns direkt aus. Gerne auch in zum Beispiel Telegram und Signal. Da könnt ihr ja Kontakt direkt zu uns aufnehmen. Und wir haben jetzt auch wieder ganz prominenten Zugang gehabt von jemandem, dessen Namen ich vielleicht nicht spoilern möchte, aber er ist jetzt auch in unserer Gruppe und vielleicht demnächst auch mal hier zu Gast. Seid gespannt. Oder kommt in die Gruppe und kriegt selbst raus. Mega. Jo, Jungs, ich sag mal so, wir könnten jetzt auch mal über Comics reden. Ich hab nämlich tierisch Bock drauf. Und ich weiß nicht, fangen wir doch bei A an. Lieber Andi, dir ist dein Moment gekommen. Vielleicht möchtest du über deinen ersten Comic heute sprechen. Also legen wir los. Erstes Rezensionsexemplar von Hayabusa. Die gehören zur Carlsen-Manga. Und es geht um den ersten Band der deutschen Veröffentlichung von Alice in Borderland von dem Mangaka Haro Aso. Ist jetzt gerade frisch in Deutschland erschienen. 2023, die Originalausgaben sind bei Japan bei Shogakukan 2011 schon erschienen. Und die deutsche Veröffentlichung verbindet hier die ersten zwei Bände der japanischen Veröffentlichung. Also das machen ja mittlerweile viele Verlage bei Serien, die schon eine Weile laufen. Also wo schon eine gewisse Anzahl an Bänden vorhanden ist oder die eventuell auch schon abgeschlossen sind. Und dass sie dann so dickere Manga-Bände rausbringen, wo dann eben zwei von den dünnen in ein Band reingefasst werden. Also von daher zwei Kapitel quasi in diesem Band drin. Deutsche Übersetzung ist von Lasse Christian Christiansen. Alice in Borderland ist in Deutschland natürlich bekannt und populär durch die entsprechende Serie, die auf Netflix zu sehen ist. Und jetzt kommt der Manga dann eben auch nach. Ich habe von der Serie ein paar Folgen gesehen. Ich kann nicht mehr exakt sagen, wie viele. Ich habe als die erste Staffel rauskam. Also es kann sein, dass ich wirklich nur eine Folge gesehen habe. Vielleicht habe ich zwei oder drei gesehen. Meine Frau hat es dann komplett geschaut. Da habe ich dann ab und zu mal noch so eine Szene oder so mitbekommen. Und jetzt kam dann ja auch die zweite Staffel raus. Da habe ich dann tatsächlich auch so durch Zufall so den Schluss mitgesehen, als meine Frau es dann eben geguckt hat. Also die letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Minuten oder so. Also ich habe ein bisschen den Eindruck von der Serie. Aber sie hatte mich eben nicht so gekriegt, dass ich sie zwingend weitergucken wollte. Ich glaube, mir war es ein bisschen zu repetitiv, kann man mal sagen. Aber auch für diejenigen, die natürlich jetzt die Serie noch nicht gesehen haben, mal ein kurzer Abriss, worum es überhaupt geht. Eine Gruppe von Schülern, Protagonist ist Riohai, langweilen sich in ihrem Leben. Es läuft alles nicht so richtig. Schule ist doof. Liebesleben kommt nicht voran. Erwachsene sind blöd. Und irgendwie sind sie so ein bisschen Außenseiter. Und Riohai hat so diese Vorstellung, wenn irgendwie so die große Zombie-Apokalypse wäre, vielleicht wäre das ja irgendwie cool oder so. Vielleicht könnte ich dann irgendwie mehr mit meinem Leben anfangen. Und irgendwie eine große Veränderung wäre toll. Im Alltag bin ich irgendwie gefangen. Und das kommt nicht so klar damit. Und dann passiert tatsächlich ein Moment. Es gibt ein Feuerwerk. Und sie wissen nicht so richtig, was passiert. Aber irgendwie finden sie sich dann wieder in einer anderen Dimension oder so. Man weiß es nicht so genau. Die Welt ist verändert. Es ist alles viel leerer. Menschen sind irgendwie nicht so richtig da. Und dann stellen sie fest, sie landen plötzlich in einer Art von Spiel. Sie müssen eine Aufgabe erledigen. Mit anderen Menschen auch zusammen. Die plötzlich auch irgendwie so auftauchen. Und sich teilweise zumindest scheinen die sich auch schon besser auszukennen, was da jetzt so los ist und was die Situation ist. Kurzum, es geht also darum, sie sind in so einer komischen Version ihrer eigenen Welt, wo sie immer wieder aufgefordert werden von einer höheren Institution, die sie nicht kennen, an Spielen auf Leben und Tod teilzunehmen. Und wenn man das Spiel gewinnt, dann bekommt man eine gewisse Anzahl von Punkten, die so in Tagen quasi gut geschrieben werden. So viele Tage darf man jetzt hier noch weiter bleiben in dieser Welt. Innerhalb dieser Tage muss man wieder so ein Spiel machen, um neue Tage aufs Konto zu kriegen. Wenn man das Konto auslaufen lässt, dann stirbt man. Dann wird man tot sein. Und wie gesagt, diese Spiele sind eben auch auf Leben und Tod. Nicht jeder kommt aus diesen Spielen lebend raus. Und die Spiele sind also der unterschiedlichsten Natur mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und dieser erste Band, diese deutsche Ausgabe, beschreibt jetzt also quasi zwei dieser Spiele. Also natürlich die ganze erste Ausgangslage erst mal. Dann die Situation, wie sie eben in diese Version der Welt kommen, wie sie dann in das erste Spiel geraten und daran dann quasi so ein bisschen lernen, worum es geht. Dann auch andere Menschen kennenlernen, die ihnen ein bisschen was dazu erzählen, die eben schon länger in dieser Welt sind, ihnen das dann alles so erklären. Und im zweiten Band gibt es dann eben auch so das zweite Spiel, wo sie sich dann eben auch schon besser auskennen und noch mehr Menschen kennenlernen etc. Ja, das ist so die Ausgangslage. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen den Anfang der Fernsehserie gesehen. Ich habe also auch Teile wiedererkannt aus dem Comic, die in der Serie auch so umgesetzt waren. Ich kann jetzt nicht besonders viel dazu sagen, was jetzt so an Veränderung vielleicht da war. Vielleicht, ich weiß, Patrick hat auch die Serie komplett gesehen. Vielleicht weiß der da mehr dazu. Aber der Comic ist einfach, ich muss sagen, der Manga hat mich recht gut unterhalten. Ich fand den sehr ansprechend gezeichnet. Ich fand, ja, teilweise, wie das manchmal bei Manga so ist, einzelne Panels schon auch deutlich mit Textblasen überladen, dass man sich manchmal gefragt hat, gut, da muss jetzt auch gar kein Bild mehr sein, weil das bisschen, was ich vom Panel noch sehen kann, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Aber das war so vereinzelt. Also insgesamt war ich durchaus gut unterhalten. Das ist ein Action-Comic. Also hinten steht drauf empfohlen, ab 16 Jahren, weil er natürlich auch schon ein bisschen brutal ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich also auch durchaus für Jugend, sage ich mal, angebracht und gut lesbar. Innerhalb dieser ersten zwei Bände auf jeden Fall durchaus ansprechend und flott erzählt in einem Zeichenstil, den ich durchaus gut fand. Und auch, ja, wie die Handlung da so vorangetrieben wird, spannend. und so, dass man auch dabei bleibt. Ich habe, ich wollte das eigentlich noch recherchieren und habe es natürlich dann irgendwie wieder vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bände da insgesamt von rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob die Reihe noch läuft oder abgeschlossen ist. Ich weiß eigentlich viel zu wenig. Vielleicht weiß der Patrick da wieder gesagt auch dazu mehr. Ich kann mir schon vorstellen, einfach aufgrund so der Art und Weise, wie ich im Moment so Comics lese oder auch generell Medien konsumiere, dass ich wahrscheinlich irgendwann sage, puh, jetzt ist es das 50. Spiel, muss ich wirklich nochmal 50 Spiele lesen? Aber ganz viele Menschen stehen ja genau auf sowas. Wie gesagt, die Serie ist ja auch durchaus erfolgreich. Also, ich würde sagen, wer an dem, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, Interesse hat, ich würde den durchaus empfehlen. ich finde, wie gesagt, auf einer hohen Qualität gemacht und produziert. durchaus, wie gesagt, zeichnerisch und erzählerisch. Absolut ansprechend. Und wer das Genre mag, so ein bisschen dystopisch und auch mit einer gewissen Brutalität durchaus auch, also nimmt sich da nicht zurück, finde ich Alice in Borderland auf jeden Fall einen sehr guten Unterhaltungsmanga. Also da würde ich sagen, kann man absolut zugreifen. Patrick, wie gesagt, soweit ich weiß, du hast die komplette Serie auf Netflix gesehen und auch auf jeden Fall diesen Band gelesen. Was sagt du? Also zu deiner Frage, ich habe das gerade nebenbei gegoogelt. Bisher hat die Reihe 18 Bände, dann hat es ein Sequel, das hat nochmal zwei Bände und dann hat es ein Spin-Off. Das hat nochmal acht Bände. Also insgesamt hätte man da 28 Bände, macht da jetzt ein Doppelband draus. Ja, dann wären wir bei 14 Bänden insgesamt. Ich fand die Serie auch nett, was mich da bei dem Manga gestört hat, beziehungsweise generell bei Mangas so ein bisschen stört, ist so diese schwarz-weiße Umgebung. Und wenn du dann noch darauf schwarzen Text hast, dann kommt es immer wieder mal vor, dass es dann ein bisschen schwerer zu lesen ist. Weil das ist bei mir gefühlt so ein generelles Manga-Problem. Ich mochte die Reihe auch, nur ein bisschen hat sie mich dann verloren, sobald die Handlung ansetzt, weil dann wird es von den Charakteren komplett abstrus. Also dieses Fallen-Prinzip, dieses Tribute von Pan im Battle-Royale-Prinzip, das ist so in den ersten paar Bänden recht prominent. Und dann fängt es an, noch so ein bisschen Alice in Wunderland zu sein. Dass dann auch noch eine Art verrückter Hutmacher kommt, dass dann nach und nach so in der sehr seltsamen menschlichen Version noch gewisse Alice im Wunderland-Charaktere kommen. Und auch angeblich, und das ist nur ein Gerücht, habe ich gehört, dass der Hauptcharakter quasi Alice auf Japanisch heißt. Dass sich so der Kreis schließt. Der Schleiß kriegst. Also nochmal, das ist ein Action-Comic und es gibt so diese Games. Das ist nämlich schon mal volles Rohr an Squid Game. Du hast ja die Netflix ja auch gesehen. Gibt es da wirklich Parallelen, ja? Ja, also da gibt es wirklich einige Games mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und die Überlebenden haben sich dann ein paar Tage gekauft. Nur, dass bei Squid Game dann eine Organisation dahinter ist, die entertained werden will und sich das dann anschaut. Und bei Alice in Wunderland, die sind halt nicht gefangen in so einem Komplex, wie es bei Squid Game ist. Und sie sind nicht gezwungen an diesen Spielen teilzunehmen. Also nicht jedes Mal, wenn es heißt, jetzt ist Spiel, müssen alle antreten. Sondern es wird halt immer ausgerufen, jetzt hier an dem und dem Ort ist jetzt ein Spiel und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du daran teilnehmen willst oder nicht. Aber wie gesagt, wenn natürlich dein Punktekonto auf Null läuft, dann bist du auf jeden Fall tot. Das heißt, wenn du überleben willst, musst du immer mal wieder auf jeden Fall eben auch an diesen Spielen teilnehmen und dann natürlich auch gewinnen. Aber bei Alice in Wunderland, bei Squid Game, da treten die Leute freiwillig den Spielen bei. Da werden immer wieder Leute in ärmeren Verhältnissen kontaktiert. Hier, du kriegst so und so viel Yen. Wenn du da jetzt mitmachst, dann könntest du deinen Lebensumstand verbessern. Also zumindest am Anfang sind die freiwillig drin. Und wenn sie gehen wollen, dann können sie auch gehen. Deswegen wird da noch so ein bisschen die japanische Lebensweise noch ein bisschen aus dem Korn genommen, ein bisschen die Armut noch thematisiert, was hier eben komplett fehlt, weil hier werden sie auf einmal in dieses Universum gesogen und sind dann irgendwann, spätestens wenn der Lebensbreiten abläuft, dazu genötigt, mitzuspielen. Also Squid Game ist koreanisch, nicht japanisch. Oh, sorry. Ja, kein Ding. Und der kommt ja für gerade mal 10 Euro, übrigens auch erst ab 21.04. Es ist krass, dass wir den jetzt schon haben. Kommt der raus? Offiziell könnt ihr den dann kaufen. Wir können den aktuell nur vorgeschlagen. Ich habe den schon beim Hutubel gekauft, den ersten Band. Also stimmt so nicht ganz. Das ist die Website-Information von Karlsson, die ich gerade vorlese. Okay, cool. Naja, vielleicht haben wir das vorgeschlagen oder so. Ist ja auch egal. Was man da auch noch mit dazu sagen muss, ich habe ja auch den, ich habe das physische Objekt in meinen Händen. Einführungspreis bis 30.06.2023 10 Euro, ab 1.07.2023 14 Euro. Verstehe. Der zweite Band kostet auch schon 14 Euro. Also den habe ich auch schon auf dem Lesestapel. Da ist der Preis schon direkt bei 14. Andi, ich weiß jetzt nicht so genau, deine Ausführungen zum Artwork waren, glaube ich, du hast gemeint, viel Text und teilweise wenig Bild überhaupt noch zu sehen. Es gibt exakt ein Bild in der Leseprobe. Also es ist sehr dünn, was ich mir hier einen Eindruck verschaffen kann. Was kannst du dazu noch sagen? Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass man sich dann nur durch Text durchwälzt, weil mir gedacht, das ist ja doch ein Action-Comic, da sind einfach auch schon genug Action-Panels mit drin. Ich wollte nur sagen, es gibt vereinzelt Panels, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist ein kleines Panel mit drei Sprechblasen. Das, was vom Bild jetzt noch übrig bleibt, sehe ich nicht mehr so genau. Also das kommt halt da mit vor. Aber wie gesagt, an sich, ich mag die Zeichnungen tatsächlich sehr gerne. Ich finde die Figuren gut gestaltet und auch die ganze Welt und Hintergründe. Das ist ja dann ein bisschen auch so eine dystopische Situation natürlich in dieser Stadt mit weniger Menschen, als da normalerweise so sein sollten. Und auch die Action-Sequenzen. Also mich hat es tatsächlich auch optisch durchaus angesprochen. Also ein Manga, der mir gut gefällt. Also ich gehe davon aus, dass du tendenziell also auch den nächsten Doppelband lesen würdest, wenn du ihn in der Hand hättest. Gehe ich mal davon aus. Ist das Ganze, weil es wurde jetzt erscheinend eben offensichtlich als Netflix-Serie umgesetzt und ich werde das später bei Berlin ja auch nochmal zum Thema machen. Aber liest sich das schon wie eine gute Vorlage für eine Serie? Für eine TV-Serie? Das Thema Adaption ist ja nochmal so was Eigenes. Das ist ja noch eine ganz andere Sache. Wie gesagt, ich bin ja bei der Serie nicht dabei geblieben. Bei der Fernsehserie. Also vielleicht ist das als Manga für mich persönlich tatsächlich sogar das Medium, in dem ich die Geschichte lieber konsumiere als in der Serie. Vielleicht, wenn ich die Serie jetzt nochmal probieren würde, hätte ich vielleicht auch einen anderen Eindruck. Vielleicht würde es mir jetzt mehr Spaß machen. Damals, als die erste Staffel rauskam, wie gesagt, bin ich nicht dabei geblieben, hat es mich nicht richtig gekriegt. Ich meine, was ist heutzutage nicht umsetzbar für eine Adaption irgendwie interessant selbst. Um hier nochmal das kurz eins zu werfen. Immer diese Sätze, Watchmen, man dachte immer, das wäre unverfilmbar, aber jetzt ist es gelungen. Bloß, weil es jemand verfilmt hat, heißt ja nicht, dass es wirklich gut verfilmbar ist. Es kann ja immer noch schlecht verfilmt sein. Also bloß, weil es eine Adaption gibt, heißt es nicht, dass es jetzt plötzlich adaptierbar war, wo man 20 Jahre lang es nicht geschafft hat. Ja, da haben wir aktuell auch so ein Beispiel mit der Schwarm, das absolut nicht gelungen ist. Ja, vielen Dank dazu. Hört auch unbedingt auch nochmal rein. Da haben wir auch vor kurzem diese Ausgabe gehabt. Im Dezember war es, glaube ich, wo wir diesen Gastbeitrag hatten für diesen anderen Podcast, der diesen kurzen Namen hatte, den ich unvorbereitet, wie ich bin, gerade nicht kenne. Aber ich glaube, im Dezember war es, da haben wir auch was zu Adoptionen von Comics in anderen Medien gemacht. Hört gerne mal rein. Da hat Andi auch schon tolle Ausführungen zu gemacht. Super mega gut. Dankeschön, lieber Andi. Ja, Breedsom, wenn wir heute eine alphabetische Einfolge machen wollen und ich mich natürlich selbst ausklammere, weil Doppel-A ist langweilig, dann bist du jetzt dran. Ja, sehr gerne. Und dann führe ich mal weiter mit Judas aus dem Hause Crosscult. Ist ein großformatiger Hardcover. Man könnte es fast mit einem Splitteralbum verwechseln. Aber es hat auch ein schönes Lesezeichen drin, also so eine Schnur in Gold. die das Ganze sehr aufwertet. Also die Form ist schon mal sehr gelungen. Und jetzt fragt er euch, Breedstorm, der alte Atheist, was macht er mit einem offensichtlich biblischen Thema? Das kann ich euch verraten, denn ich mag einfach gute Fantasy und da ist die Bibel ja führend, muss ich ja sagen. Ganz vorne mit dabei. Ich war tatsächlich evangelisch und bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, aber vorher habe ich das Ganze hier mit Kindergottesdienst und Konfirmationen und so durch. Und noch viel, viel lustiger, ich hatte von einem Nachbarsjungen, der bei den Zeugen Jehovas war, hatte ich eine Kinderbibel. Und was die wirklich drauf haben, bei den Zeugen Jehovas, ist Kinderbibeln zu machen, die verstörende Bilder machen. Also die haben hervorragende Zeichner gehabt von Bibelstellen und das hat mich immer fasziniert, diese ganzen Zeichnungen von irgendwelchen Bibelgeschichten, die da wirklich sehr beeindruckend dargestellt waren. Und eins, was ich da so rausgezogen habe aus meiner ganzen biblischen Sozialisation und diesen Bildern verstörenden aus meiner Kindheit, ist natürlich die Todesgeschichte von Jesus und dass der Herr Judas Jesus ja verraten hat, weswegen er festgenommen und umgebracht werden konnte. Und da gibt es so die typischen Sachen, an die sich viele, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, erinnern, nämlich dass er 30 Silberlinge bekommen hat, dass er einen Judas-Kuss ihm gegeben hat, um ihn zu identifizieren, dass die Römer ihn dann abfüllen konnten und ähnliche Dinge. Und das fand ich immer interessant und da habe ich mir gedacht, okay, wie wird da die Herangehensweise an dieses Thema sein und tatsächlich beschreibt er nicht die Lebensgeschichte von Judas oder was immer man denken könnte, sondern es geht genau um diese Phase, was ist mit Judas passiert in der Phase, als er Jesus quasi verraten hat und was ist mit Jesus passiert in der Phase, wo er tot war, vor der Wiederauferstehung oder vor der angeblichen Wiederauferstehung. Man ist sich ja nicht ganz einig. Boom Studios hat das Ganze umgesetzt und wie gesagt, alles und CrossCult hat das kompakt hier in diesen Band reingezogen. Das Kreativ-Team Jeff Lowness und Jakob Rebelka macht eine wirklich gute Arbeit, weil sie haben wirklich viele Sachen zusammengetragen und optisch umgesetzt, die ich schon vor Jahrzehnten halt irgendwie im Kopf bekommen habe und seitdem habe ich mich ja jetzt relativ wenig mit biblischen Themen beschäftigt. Auch nicht mit dieser komischen, gab es da nicht auch so ein Jesus läuft durch die Stadt in Deutschland Geschichte oder sowas? Also habe ich alles verpasst, aber trotzdem haben wir das mit Alexander Klaas oder was? Genau, genau. Nein, das war so ein Mist. Ja, also vielleicht sollte ich mir das aus Spaßigkeit doch nochmal irgendwie angucken, mal schauen. Jedenfalls. Sei vorgebrannt, es tut körperlich weh. Ja, als Comedy ist es vielleicht nicht schlecht. Naja, jedenfalls dieses Kreativteam hat das hier sehr, sehr gut umgesetzt. Es ist allgemeine sehr, sehr düste Atmosphäre und er arbeitet mit vielen kleinen, flächigen Bildern und sehr, sehr viel auch mit den Augenausdrücken von den Protagonisten. Denn es geht schon ziemlich trostlos los, denn Judas hat sich ja bekanntermaßen erhangen, nachdem er den Herrn verraten hat und er dann abgeführt wurde, das ist seinem Geist nicht so gut bekommen und hat er sich einfach mal erhangen. Und was glaubt er, wo er hinkommt, nachdem er sich erhangen hat? In die Hölle. Ja, in die Hölle. Wo nach der Kirche alle Selbstmörder hinkommen, weil das darf man ja nicht selber entscheiden und ja, in der Hölle macht sich Judas so ein paar Gedanken, wie das so war, als er Jesus so kennengelernt hat und wie verschiedene Ereignisse mit ihm so begonnen haben und es ist sehr, sehr trostlos, hat so eine leicht Spawn-eske Atmosphäre, zumal er da noch einige sehr prominente Höllenmenschen oder Figuren da unten trifft. Auch da wird man alte Bekannte wieder treffen. Es hat so ja, so eine leichte Sandman-Atmosphäre hat es dadurch auch so. Auch da gibt es ein besonderes Ökosystem und besondere Figuren, die wir vielleicht auch aus Sandman kennen, in anderer Form tauchen hier auch auf. Und ja, der interessanteste theologische Aspekt für mich an dem ganzen Ding ist natürlich, warum taucht Jesus dann irgendwann in dieser Hölle aus? Aber diese Frage müsst ihr euch natürlich selber beantworten, indem ihr diesen Comic lest. Und ich muss sagen, die Zielgruppe ist natürlich ein bisschen schwierig einzuordnen, weil ich glaube, so richtig genießen kann man das nur, wenn man wirklich die ganze Originalgeschichte aus der Bibel mit der Passionszeit und allem, was damit zusammenhängt, auch einigermaßen kennt und zuordnen kann. Also wenn man eben diese verstörenden Bilder aus einer Kinderbibel vielleicht im Kopf hat oder Geschichten dazu, also es ist ja auch gespickt mit Grausamkeit, überhaupt irgendeinen Menschen irgendwo dran zu hängen zum Kreuzigen, weil es ist eine sehr grausame Todesart und die Bibel hat es dann ja noch weiter ausgeschmückt, dass der arme Mensch hat natürlich nichts zu trinken gekriegt, der hat so auf dem Pfahl einen Schwamm mit Essig, glaube ich, noch angehalten bekommen und diese Geschichte mit der Dornenkrone, alles sehr düstere Bildnisse, die wir da haben. Und all das ist hier drin ebenfalls sehr, sehr düster verarbeitet. Wer da ein bisschen Spaß drin hat, gepaart mit ein bisschen Bibelwissen, religiöse Gefühle muss man glaube ich nicht haben oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil keine zu haben. Wäre das was für euch Jungs? Patrick, erzähl mal, ist es was für dich? Ich habe ja Jakob Rebelka zum Zeitpunkt dieser Aufnahme diese Woche am Mittwoch getroffen. Ich habe ein Intro ansprechen lassen, habe kurz mit ihm geredet. Ich bin auch nicht wirklich bibelfest, ich wurde zwar katholisch erzogen, aber im Prinzip hat mir Preacher mehr Religion beigebracht als die Bibel oder als der Religionsunterricht. Ja, da haben wir auch übrigens das Leben des Brian geguckt, nette Parallele. Und es war wirklich eine schöne, interessante Story. Ich bin wirklich nicht religiös und die zitieren hier wirklich sehr viel von der Bibel, also die verorten das mit gewissen Bibelzitaten. Jakob Rebelka hat auch an The Witcher 2 mitgearbeitet und das merkt man, der Teufel sieht so ein bisschen aus wie Geralt von Riva in der Witcher 2 Version geführt und das hat es für mich irgendwie noch ein Stück weit lustiger gemacht. Wie es dann ausging, hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil man dann am Schluss doch ein Stück weit versöhnlicher war, nachdem das Ganze so trostlos gestartet ist. Aber an sich war das ein super sympathischer Comic. vielleicht spricht er auch mit rein, dass ich da wirklich kurz mit dem Zeichner geredet hab und die Optik hier wirklich so eine Mischung ist aus Hellboy in Hell, irgendwelchen Kirchenfresken oder auch, ja, wir haben Parallelen aus Sandman oder Spawn. Also da haben sie wirklich viel mehr von diesen ganzen Comics studiert, die in der Hölle spielen, weil 90% des Comics spielen wirklich in der Hölle statt und genauso, das lieben wir doch eigentlich. Ja, ich finde es schon mal interessant, dass ihr sagt, dass man dem Ganzen echt mehr abgewinnen kann, als jetzt nur die reine, simple Bibelgeschichte. Wenn ich es richtig verstehe, lieber Breedstorm, dann ist da auch vieles dabei, was da eigentlich rein interpretiert wird. Das ist also eine rein fiktive Geschichte, da gibt es jetzt nur wirklich die wesentlichen Punkte, irgendwie in der Bibel, alles andere ist ausgedacht, richtig? Ja, es verbindet die Zeit, in der Jesus tot ist und Jesus wieder aufersteht und füllt diese Lücke mit einer Story, die mit der Bibel, also mit dem Original-Soundtrack nichts zu tun hat. Okay, Er hat das Ganze ja auch im Original Judas Origins genannt. Weil ich sagen muss, also wirklich thematisch hat mich das Null angesprochen, aber jetzt diesen Turn mit dem Düsteren und insbesondere das Artwork, das finde ich schon sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Gut, das Ding hat, wie viele Seiten, noch gar nicht so viele, nicht mal 120, also ist aber wahrscheinlich, dauert es auch nicht allzu lange, das zu lesen, aber wirklich optisch, ich habe hier gerade die PDF vor mir, die wir schon vorab bekommen haben, ist es wirklich echt schön. Und ja, was macht denn der Typ für den Eindruck, der Autor, der Zeichner, keine Ahnung, Patrick, der Zeichner, der ist, der ist sehr gut mit Eki connected, also einem der Chefs im T3, die haben sich sehr viel ausgetauscht, der war ein ziemlicher Fan von Sergio Aragones, war sofort bereit, wollte sogar ein Interview mit mir führen, ich war an dem Tag ein bisschen angeschlagen, sonst hätte ich das vermutlich auch gemacht, aber wirklich, er war in einer ziemlich guten Plauderlaune, der Verlag war auch super gelaunt und war schön. Ja, also es war wirklich wieder so eine dieser sympathischeren Signierstunden, wo du dann auch quasi neben Jakob Rebelka stehen konntest, als er da seine Raucherpause gemacht hat und er dann mit Eki noch rumgenördet hat, also der war bodenständig, das hat Spaß gemacht, den zu sehen, danke auch an Crosskalt und an das T3, dass ihr das ermöglicht habt, gerade in der Zeit, wo die Signierstunden ein bisschen zurückgefahren sind, dass ihr dann noch solche Möglichkeiten bietet. Alles klar, also auch was nicht nur für die Bibeltreuesten unter uns, sondern auch für ganz normale Menschen. Und Pimetaller, die natürlich auch ein bisschen blasphemisch unterwegs sind, werden sich hier auch sehr gut wiederfinden. Vielen Dank an Crosskalt für das Rezensionsexemplar. Dankeschön. Was ist der beste Soundtrack zum Comic? Black Sabbath? Judas Priest? Judas Priest, ja. Cool. Patrick, dein Moment ist gekommen, was stellst du uns heute vor? Also, ich hab, wenn wir jetzt schon am Anfang beim Manga waren, Kalkisen oder Kalkissen zurück ins Meer von Satoshi Kon. Satoshi Kon könnte man kennen, der hat einiges an richtig guten Animes gemacht, also sei es Perfect Blue, sei es Paprika, Tokyo Godfather, Paranoia Agent, der hat da wirklich einige sehr gute Animes gemacht, die auch mit der Realität spielen und eine sehr menschliche Komponente haben und dann hab ich über den Comic-Klatsch, also drei Frauen Comic, quasi beim Buddy Read mitbekommen, dass die da über diesen Comic geschrieben haben. und es hat mich dann relativ schnell angefixt, dass ich dachte, okay, da schau ich mal ran, Satoshi Kon Sachen haben mir immer gefallen, selbst wenn ich da nie realisiert hab, dass es dieser Typ ist. Der hat bis 2010 ist er gestorben und das hier ist eins seiner Frühwerke, ist aus dem Jahr 1990, also das ist jetzt schon 33 Jahre alt und da geht es um eine Familie, die quasi in einem Schrein so ein Nixen- oder Meerjungfrauen-Ei quasi verwahren soll und alle 60 Jahre kommt dann ein Nixen- soll dieses Ei abholen und sie tauschen erst gegen ein neues aus. Nur passiert es dann irgendwann, dass da jemand diesen Phänomen auf die Schliche kommt und man will das kommerziell komplett ausschlachten und dann fängt es an, dass da gewisse Vorkommnisse im Meer passieren, wodurch das Ganze so eine Gewissensfrage aufwirft, ob das mit dem Kommerz vereinbar ist oder ob sie vielleicht doch diese Bestimmung erfüllen sollten. Irgendwo hatte das ein bisschen was von der Weiße Hai, die haben da auch immer wieder gekonnt, die Erwartungen unterlaufen. Man hatte ein sehr schönes Gefühl für die Familie, für die innere Zerrissenheit, was vielleicht eine Person dazu gebracht haben könnte, dieses Ei zu vermarkten beziehungsweise das Geheimnis da auszuplaudern aber es ist von Satoshi Kon quasi bisher noch der geradlinigste Manga gewesen, also da fehlt jetzt diese Ebene, dass da vielleicht mehrere Realitäten miteinander verwoben sind, das ist erst später dazu gekommen bei ihm, der ist relativ geradlinig, ist irgendwo so eine Mischung aus düsterem Märchen, Mystery, Familiendrama, natürlich ist da eine Öko-Botschaft drin und eben immer wieder mal so Anleihen an der Weiße Hai und ich fand das relativ gelungen dafür, dass das einer seiner ersten Mangas war, der hat schon damals was sehr Szenastisches gehabt, deswegen finde ich das schade, dass der als Anime nie so ganz umgesetzt wurde, der hat auch seine Schauwerte, das Meer sieht gut aus, wenn da Figuren angedeutet werden, mysteriöse, dann hat das so seinen Stil und man bleibt da trotzdem dran, das liest sich relativ schnell durch und am Schluss beschreibt Satoshi Kon in einem Nachwort, das fast Interessante ist der Comic, aber ohne das abwertend zu meinen, wie es damals war, so einen seiner ersten Mangas zu machen und Kai Kissen ist im Prinzip eine mehrdeutige ist ein mehrdeutiges Wort, das heißt entweder Wendekreis, aber er bezieht das in seinem Buch, beziehungsweise in seinem Manga auf Meereswende und er schämt, er hat damals ein bisschen dafür geschämt, dass er für seine Verhältnisse unausgereift war, dass er damals irgendwo zwischen einer 7-Tage-Woche, wo er an diesen Dingen gesessen hat, das erst geleckt dort hat, davor das Drehbuch geschrieben hat und dann noch das Ganze überarbeiten konnte, da wochenlang quasi eingesperrt war und sich dann abends mit dem Bierchen oder sonst was belohnt hat, was dann natürlich auch gesundheitlich nicht ganz so gut war, aber schon allein zu sehen, wie er das beschreibt, was das am Anfang für ein Problem war, sich da reinzufrieden, diesen Manga aus der Taufe zu heben, war schon sehr interessant, dass man das mal so ehrlich quasi in einem Nachwort mitbekommt, hat das Ganze nochmal eine Spur weit sympathischer gemacht, also wenn man sowas mag, Wellvering with you, sorry, dann hat man hier auch seinen Spaß, auch wenn da ein bisschen die psychische Ebene fehlt, aber es war ein wirklich schönes, mysteriöses Familiendrama mit so einem leichten Horror-Mystery-Einschlag, das eben auch schön bildgewaltig ist. Das bisschen, was ich an Artwork im Netz finde, sieht wirklich toll aus, das kann ich nur bestätigen, was du sagst, wenn ich so Meeres-Settings sehe und ich habe zuletzt auch so ein Meeres-Comic vorgestellt, das war glaube ich die letzte Briefe oder wie das hieß, dann würde mich interessieren, ob es da irgendwie eine Art Meta-Ebene gibt, vielleicht sogar irgendwie so eine Natur- Rettungs- Umweltschutz- Geschichte oder andere Meta-Ebenen, steckt da irgendwas drin oder geht es hier einzig und allein um diese zwischenmenschlichen Dinger. Nee, nee, es gibt da natürlich auch eine ökologische Botschaft, da steckt auch eine Meta-Ebene drin, die will ich nur nicht vorweggreifen beziehungsweise spoilern. Andi, könntest du ein Interesse daran finden, dir irgendwelche Mehrjungenfrauen im Manga anzuschauen? Irgendwelche nicht, aber Satoshi Kon finde ich auf jeden Fall spannend, ich kenne nicht genug von ihm, ich bin seines Werkes mir sehr bewusst, ich habe ein bisschen was von seinen Animes gesehen und ich habe auch einen Manga von ihm im Regal stehen, aber ich bin, ja, also das ist so ein Name, der bei mir auch immer so mit im Hinterkopf mitschwingt, wo ich mich aber noch nicht genug mit dem Werk beschäftigt habe, den ich aber auf jeden Fall spannend finde und da gerne mehr von sehen und lesen möchte. Patrick, vielleicht nochmal kurz zu dem von dir angesprochenen Bodyread bei den Mädels vom Comic Klatsch, vielleicht magst du uns das Konzept nochmal kurz ein bisschen erläutern, weil das klingt wie was, wo man unbedingt dabei gewesen sein muss, oder? Ja, also auf ihren Discord-Server haben sie dazu aufgerufen, dass man quasi zeitgleich einen Comic, Manga, was auch immer zu dem Zeitpunkt beliebt ist, liest und dann darüber diskutiert, dann spoilert man sich natürlich gegenseitig, schreibt sich Interpretationen, wie hast du das verstanden, was ist da passiert, also da haben sie das während dem Zeitpunkt der Aufnahmen zumindest als Bodyread laufen und das hat mich dann eben angefixt, weil ich dachte, okay, das klingt wirklich interessant, dann hat mich das Artwork angefixt, der Name hat mich angefixt, da sind sie gerade fleißig am diskutieren, auch eben über diese Meta-Ebenen, ob da vielleicht gewisse Meerjungfrauen oder Nixen vielleicht in bestimmten Personen manifestiert sein könnten, zum Beispiel, weil es gibt eine Person, die betreibt in dem Comic relativ viel Exposition und da ist man dann so, ist das vielleicht ein Nixe, die versucht die Ganzen davor zu bewahren, Mist zu bauen, das kündigt sich schon eine Bedrohung an, dadurch, dass sie dieses Ei dann nicht rausrücken wollen. Ich sehe hier auch irgendein Bild, das weiß ich aber nicht, ob das dazu gehört, von irgendeiner Frau an so eine Art Kreuz aufgehangen, ähnlich wie gerade in der Judas Geschichte, ist das da auch drin? Eine Art Kreuz? Kreuz? Nee, das ist wahrscheinlich ein anderes Bild, ne? Hat nichts damit zu tun. Glaube ja. Okay, alles klar, ich würde den Breastorm jetzt auch gerne fragen, ob ihn irgendwelche Nixen unter Wasser und Eier und irgendwie Manga, ob das sein Ding ist, aber die Antwort können wir uns denken und ich will nicht wieder denselben Sendungstitel haben wie beim letzten Mal, deswegen überspringen wir das jetzt einfach mal über Breastorm. Und ich komme jetzt mal dran, ich habe nämlich richtig Bock über was zu reden, was mich überrascht hat. Ich mache es auch ganz kurz, damit ich mehr Zeit habe für meinen zweiten Comic, aber ich möchte sprechen über die scheinbar Ongoing Series Star Trek Resurgence. Star Trek Resurgence, hier geht es um einen Commander Sutherland und Commander Sutherland ist quasi die Nummer eins hinter Captain Solano. Das Ganze spielt im Jahr 2380, das ist für uns Star Trek Jünger ungefähr nach Nemesis, also wirklich dann, wenn das klassische TNG vorbei ist. und jetzt fragen wir uns alle, hä, das habe ich ja noch nie gehört, wer ist denn das, dieser Solano und so. Und ja, völlig richtig, das kennt kein Mensch, das ist nämlich ein Prequel, ein Prequel-Comic zu einem Computerspiel, das jetzt angeblich im April erscheinen soll. Ich habe die große Hoffnung, dass es auch in irgendeiner Form auf meiner Nintendo Switch zu spielen sein wird, denn das ist alles, was ich an Möglichkeiten da habe, um was zu zocken. Und das ist quasi der Prequel-Comic dazu. Und wenn man so will, wieder quasi ein Begleit-Comic, wie zuletzt auch dieser Comic zu Star Trek Picard, den ich hier vorgestellt hatte, der ja der Begleit-Comic zur Serie, TV-Serie ist, hier eben zum Videospiel, das noch nicht erschienen ist. Und kurzum, ist halt deutlich besser. Also wir haben halt hier eine Crew, die aus den üblichen Verdächtigen steht, da gibt es eben Leute halt, die machen mehr die Technik und dann gibt es eben Leute, die machen eben andere Sachen und es gibt natürlich die Kommando-Ebene und so. Und das ist so ein bisschen, liest es sich zumindest so wie eine Fortsetzung von TNG, aber halt mit anderen Charakteren. Die grobe Geschichte hier, ich habe vier Hefte jetzt aktuell gelesen, von dieser aktuell laufenden Serie ist die, dass diese von Captain Solano angeführte Crew der USS Resolute, die sollen hier eine Forscherin befreien. Diese Forscherin, die kennen wir übrigens. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit nämlich eine TV-Folge von TNG gesehen mit Dr. Lea Brahms. Und Dr. Lea Brahms ist eine Forscherin im Bereich Warp-Technology und die hat hier auch einen super krassen neuen Warp-Antrieb am Start und gilt als vermisst. Unsere Crew soll die also retten und zwar aus dem Gebiet der Talarianer. Auch die kann man kennen, wenn man TNG geguckt hat. Da gibt es eine Folge, wo ein Erdenjunge, ein Erdenmensch von denen aufgezogen worden ist. Aus irgendwelchen Gründen ist er da halt gelandet. Der hört gerne Metal und absurden Quatsch und Picard ist so eine Art Vaterfigur für den in dieser Ausgabe. Und hier werden schon, das seht ihr gleich ganz direkt, schon mal zwei direkte Bezüge auf konkrete Storys aus The Next Generation genommen. Ja, dann entwickelt sich eben hier eine Geschichte, die natürlich auch irgendwie Bezüge hat zur Vergangenheit unserer Protagonisten und die müssen dann halt mit ihrem Schiff in dieses fremde Gebiet, wollen gleichzeitig aber keinen Krieg irgendwie auslösen und vielleicht ist Dr. Brahms gar nicht zu Unrecht da, wo sie hin soll, nämlich da bei diesen Talarianern, um dort ihre Forschung auszuüben und am Ende gibt es noch eine Menge Geballer, Dinge explodieren und ist irgendwie alles ganz cool. Es ist eine Menge Tech-Bubble auch mit dabei und im Großen fühlte ich mich dann doch irgendwie ziemlich an Star Trek erinnert und auch vor allem unterhalten, weil hier nur Dinge passieren, die vielleicht punktuell wie so als Easter Egg zu verstehen sind, auf eben genau Serien wie The Next Generation, aber insgesamt war das doch alles sehr eigenständig und das mag ich, das finde ich toll. Wenn das der Prequel-Comic ist, dann habe ich wirklich mega Bock auf das Spiel, weil hier eben auch so unter den Crewmitgliedern ist nicht alles ganz klar und ist der Captain Soho, oder Solano heißt Solano, ist der so unvoreingenommen, wie er vielleicht sein müsste in dem Fall oder kennt der Dr. Brahms vielleicht doch ein bisschen besser als Gutes für unsere Crew. Das ist alles ziemlich cool. Es gibt eine Handvoll richtig tolle Variant-Comics und das Ganze kommt übrigens aus der Feder von Andrew Grant und Dan Martin. Die Kunst ist von Joss Hood und die Farben von Charlie Kirchhoff. Gelettert wurde das Ganze von Neil Uyetake und damit habe ich ganz viele Namen genannt, die ich alle noch nie gehört habe, aber der Vorständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass das jetzt definitiv eine Star Trek-Comics-Serie bei IDW ist, die man sich echt mal geben kann. Schaut es euch an, wenn ihr Interesse an dem Spiel haben solltet, das bald erscheint und wenn ihr mal was lesen wollt, was übrigens komplett nach TNG spielt und parallel hier laut meiner Übersicht zu Staffel 1 von Lower Decks spielt. Also Daumen hoch für Star Trek Resurgence. Jo Patrick, was ganz Neues, ganz neue Crew, ganz neue Leute, man kennt nix und vielleicht doch alles. Hältst du Interesse daran? Soll ich dir das mal ausleihen? Eher als jetzt zum Beispiel schon wieder, wenn sie es Bock auf wärmen. Neue Crew würde ich auch in einer anderen Serie Absatz von Discovery mal eine Chance geben. Ja, das liest sich wirklich wie so letztlich TNG mit anderen Figuren und vor allem jüngeren Figuren, die halt noch eine potenzielle Zukunft haben und so. Und ich meine gerade, da könnten wir jetzt hier deine Podcast-Kollegin Britt-Marie natürlich gerne noch mit in die Runde holen, die ja auch absoluter Star Trek-Fan ist. Da liebe Grüße und hört gerne mal bei Nerdbedarf rein und guckt auch mal auf den Discord sogar von euch, lieber Patrick, den hast du dir nämlich noch nicht gedroppt. Da kann man sich nämlich auch mit euch auch mal austauschen über Dinge wie zum Beispiel Star Trek. Und da ist ziemlich klar, dass CBS, also Paramount, die gerade die Rechte an Star Trek haben, nicht ohne Grund Discovery auch eingestampft haben. Und da hoffe ich so ein bisschen auf der einen Seite ja schon, dass diese Figuren, die ja alle aktuell nur im Comic und später im Computerspiel stattfinden werden, dass die vielleicht schon irgendwie auch mal eine Referenz bekommen in anderen TV-Serien, gern auch durch einen Schauspieler oder Schauspielerin dargestellt. Aber andererseits weiß ich, dass die gerade einen dicken Sparkurs fahren und eben auch zum Beispiel Discovery eingestellt haben und bin deswegen ein bisschen am Bibbern, was die Zukunft meines geliebten Franchises Star Trek angeht. Vor allem, du musst ja jetzt den zweiten Dämpfer noch sagen, Warwell war ja quasi schon TNG, ohne die TNG-Charaktere. Auch diese Serie ist eingestellt. Also diese ganzen TNG-Ersätze sind uns aktuell weggebrochen. Ja, ja, es wird schon weiterhin Star Trek geben. Es wird auch neue Staffeln von Strange New Worlds geben, aber ich müsste mich jetzt wiederholen, hört gerne an, diese letzte Ausgabe rein, als wir über Star Trek schon gesprochen haben. Ich finde es schön, dass ich hier als Fan zumindest Comics kriege und ich habe das Gefühl, das ist schon noch ein laufendes Franchise und nicht wie zum Beispiel die Expanse oder Firefly, wo ich mir auch Comics kaufen könnte, zu etwas, was in keiner Form irgendwann eine Fortführung finden wird. Und falls es mal eine Fortführung finden würde, würden diese Comics garantiert keine Rolle spielen. Da bin ich ja bei Star Trek aber noch guter Dinge. Computerspiele, ich weiß, Breedstorm, du hast auch regelmäßig mal einen Controller in der Hand und zockst irgendwas. Hast du Interesse an einem Star Trek Spiel? Ich habe immer wieder Interesse am Star Trek Spiel, aber leider war in den letzten Jahren nicht so richtig viel dabei. Also ich habe sowohl auf der Playstation als auf der Xbox einige Sachen probiert und sowas richtig, was mich mitgenommen hat, wie das vielleicht bei Star Wars Spielen, um mal wieder zu dem alten Vergleich zu kommen war, war leider nicht dabei, weil das ganz einfach ein anderes Budget ist. Es gäbe ja zum Beispiel, das werde ich mir vielleicht mal beim Sail mitnehmen demnächst, The Bridge Crew, also wo man in VR quasi auf der Brücke von der Enterprise sitzen kann und das Schiff befehligen. Fände ich eigentlich geil, aber ich hätte da doch ein bisschen mehr Sorgen, ob ich das alles so bedienen kann, was da so verlangt ist. Also da wäre ich vielleicht mal so in der Startlinie. Aber ich würde es dem Franchise wirklich mal gönnen, wenn da was Gutes käme. Dann kommt dann dieser, wie heißt das, Kabayashi-Test, dieser Kabayashi-Maru-Test, den kriegst du dann. Und nur Insider wissen, was das ist. So, google das. Oder wenn du an Sheldon schaust oder Big Bang Theory, der dröseln dir das auch tausendmal auf. Ja, mal gucken, was da vielleicht in einer der nächsten Ausgaben bei den Comic-Cookies passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da unter Umständen mal jemand zu Gast ist, der sich sehr gut mit Star Trek auskennt, den eigenen Star Trek-Podcast hat und eine Menge Star Trek-Comics liest. Aber nur vielleicht. Lieber Andi, wie sieht es aus? Mach mal ganz auf Brit. Nee, nee, nee. Ich meine von, nicht tatsächlich nicht die Brit Marie, sondern jemanden aus unserer Signal- und Telegram-Gruppe, der zuletzt sich auch ins Gespräch gebracht hat. Das könnte spannend werden. Lieber Andi, hast du Interesse? Ein Ja oder Nein genügt völlig. Nein. Nein, alles klar. Dann sind wir soweit in unserer zweiten Runde. Wir sprechen über die nächste Welle an Comics, die wir heute vorbereitet haben. Und da wir ja auch hier in einer alphabetischen Reihenfolge vorgehen, lieber Andi, da bist du wieder dran. Also, das zweite Rezensionsexemplar, diesmal vom Schwarzen Turm. Das ist der Comic, den ich aktiv angefragt habe, weil ich darin Interesse hatte. Ich wusste nicht allzu viel darüber, aber ich habe die Ankündigung dazu gesehen, fand das spannend. Und ich bin sehr froh, berichten zu können, dass mich dieser Comic sehr begeistert hat, das schon mal vorneweg. Das ist der Comic Herzschlag von Karen Herthfelder. Der ist jetzt, wie gesagt, gerade, ich glaube jetzt wirklich Februar 2023 beim Schwarzen Turm erschienen. Es gab schon mal im Selbstverlag eine englische Version 2021 unter dem Titel Punch Your Heart Out. Und es ist ein, ich sage mal was zu dem Buch selber, aber es ist ein Album, hat es Seitenzahlen, ja, also etwas über 60, Mitte 60, 65, 66 Seiten, kostet 15 Euro, ist ein Paperback-Album, wahrscheinlich so grob in einem Carlsen-Format. Ich habe es jetzt nicht genau abgemessen. Und es ist die Geschichte zweier Profiboxerinnen, zwei lesbische Profiboxerinnen, die sich beim Training kennenlernen. Und die eine ist gerade eine junge, aufstrebende Boxerin, die gerade so ins Business einsteigt. Und die andere ist eine, die gerade so an ihrem Comeback arbeitet. Der Comic erzählt, wie die sich kennenlernen im und außerhalb des Ringes. So steht es auf dem Comic hinten drauf. eine aufkeimende Beziehung innerhalb und außerhalb des Boxrings. Der Comic ist in einer recht interessanten Struktur erzählt. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Nämlich ist quasi die Rahmenerzählung der Boxkampf, wo die beiden sich dann im Ring, also als Profiboxkampf eben auch, im Ring gegenüberstehen. Das heißt, der Comic ist unterteilt in Runden. Ich glaube, es sind acht Runden insgesamt und in der Mitte gibt es einen Break, Break, ja, Break Time heißt das Kapitel dann auch. Also geht los mit Runde 1 und dann eben Runde 2, 3 und so weiter. So die, diese Seiten, das sind im Regelfall zwei Seiten, die für diese Kämpfe hergenommen werden, sind in einer gewissen Farbigkeit gestaltet. Also der Comic an sich kann man eigentlich sagen, ist eher schwarz-weiß, aber diese Kampfseiten haben dann immer noch einen roten oder auch blauen Hintergrund. Also das erkennt man dann eben tatsächlich sofort. Und zwischen diesen Seiten, die zu diesem Boxkampf dazugehören, sind dann im Regelfall vier schwarz-weiß Seiten und die erzählen dann die Geschichte, wie die zwei sich kennengelernt haben. Das heißt, der Boxkampf ist eigentlich das, worauf es hinläuft, und dazwischen erzählt sich die Geschichte, wie die zwei sich im Gym treffen, wie die sich anfreunden, wie die zusammen mal was essen gehen und wie die irgendwie so eine private Beziehung quasi irgendwie miteinander entwickeln und dann es dann eben darauf hinläuft, aber dass sie dann eben auch tatsächlich in diesem Profiboxkampf im Ring aufeinandertreffen. Und dann die allerletzten Seiten sind dann so der Nachklapp nach diesem Boxkampf dann eben auch. Also wir haben ein bisschen so eine verschachtelte Struktur. Das fand ich auf jeden Fall schon mal aber sehr gekonnt gemacht und auch schon sehr, ja, fortgeschritten für eine junge Künstlerin, ohne jetzt wirklich exakt zu wissen, wie viel sie schon, Karin Hertfelder, schon gemacht hat. Ich glaube, das ist tatsächlich bisher der einzige Langcomic, den sie gemacht hat und dann noch verschiedene Kurzcomics in anderen Publikationen oder auch online, weiß ich alles nicht so genau. Aber die Erzählstruktur von diesem vielleicht langen Debüt oder ich glaube langen Debüt finde ich schon sehr, sehr weit fortgeschritten und hat mir beim Lesen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genauso dann auch die Gestaltung der Seiten selbst, also die Blickwinkel, die Ausschnitte, die in den Panels gewählt werden, auch die Entscheidung nicht immer nur auf den Figuren zu bleiben, sondern auch dann zwischendrin mal so Insert-Shots zu haben. Die zwei sind dann zum Beispiel so gemeinsam beim Döneressen und dann gibt es dann auch mal ein Panel, wo dann halt nicht die Figuren, sondern eben so das Essen gezeigt wird oder eben mal auch in den Döner-Shop beziehungsweise der Blickwinkel aus dem Döner-Shop heraus durch die Scheibe dann zu dem Tisch, wo die beiden draußen auf der Straße sitzen, gewählt wird. Also sehr, sehr interessante Einstellungen für den Blickwinkel, sodass das im Comic tatsächlich auch immer abwechslungsreich bleibt, spannend bleibt und ja, für mich auch dadurch sehr, sehr gut erzählt ist. Die Geschichte selbst ist auch interessant und gut erzählt, die Charakterentwicklung, die Charakterdarstellungen, der Zeichenstil, wie gesagt, vornehmlich schwarz-weiß mit dann so rot und blau, einsprenkeln in den Kampf-Situationen, möchte ich sagen, es wirkt nach sehr, also ich glaube, das ist einfach straight Bleistift, wirkt so, als wäre das jetzt nicht noch mit Tusche oder so nachbearbeitet, es wirkt so, als wäre es tatsächlich mit Bleistift und dann vielleicht noch Flächen gefüllt oder auch diese Farbsachen wahrscheinlich am Computer dann noch gefüllt, da bin ich mir nicht hundertprozent sicher, wie das gemacht ist. Es ist ein bisschen, es ist kein sehr polierter Stil, also es hat noch so eine gewisse Rauheit eben des Bleistifts und das finde ich recht ansprechend. Das hat mich so ein bisschen an Marion Churchland erinnert, die ist jetzt nicht so die superbekannte amerikanische Zeichnerin, aber es ist eine Zeichnerin, die ich sehr, sehr gut finde von dem wenigen, was sie tatsächlich bisher veröffentlicht hat und von daher, wie gesagt, hat mich dieser Band tatsächlich sehr begeistert. Ich habe vor einigen Jahren so ein ganz komisches Interesse für Faustschläge im Comic entwickelt, dass ich teilweise wirklich so, immer wenn ich in irgendein Comic lese, wo irgendwie ein cooler Faustschlag oder so ein cooler Punch irgendwie vorkommt, dass ich da ein Bild von mache und so und das ist hier tatsächlich natürlich auch gegeben, der Boxcomic bietet sich dafür natürlich an, sowas da drin zu haben und ich finde tatsächlich auch eben diese Kampfsequenzen, diese Boxsequenzen sehr, sehr dynamisch gezeichnet, sehr dynamisch gestaltet, und das ist wirklich für mein Empfinden auf einem sehr hohen gestalterischen Niveau erzählt dieser Comic. Also Herzschlag von Karin Hertfelder, 15 Euro beim Schwarzen Turm, ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir und ich bin sehr gespannt, was von Karin Hertfelder da noch so kommen wird. Dieser Comic hat mich überzeugt. Starke Frauen, die Döner essen, ich bin jetzt schon verliebt, ich muss den glaube ich auch mal in die Hand nehmen. Das ist ja was, ich kann diese Artwork-Geschichte, die du gemeint hast, das absolut bestätigen. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein sehr roughes Storyboard zeitweise, aber was auf dem bisschen Leseprobe, was ich hier finde, durchaus heraussticht, ist ja das Panel, die Panel-Aufteilung. Also ich sehe hier beispielsweise eine Doppelseite, wo sie in den jeweiligen Ecken stehen und sich angucken. Die eine ist eher in Rot, die andere eher in Blau gehalten und das sieht einfach toll aus. Das ist absolut aufs Auge, so wie ich mir einen Boxkampf vorstelle und das sieht gut aus und dann haben wir auch andere Panels und diese Abwechslung von Blau und Rot. Das finde ich schon faszinierend. Habe ich richtig verstanden, dass das auch ein Comic ist mit einem queeren Einschlag, richtig? Genau, wie gesagt, zwei lesbische Frauen, die Profiboxerinnen sind, die sich eben auch privat annähern und dann aber eben in dieser Box-Situation natürlich auch wieder es zu Konflikten kommt. Aber ja, also definitiv ein queerer Comic. Ja, finde ich faszinierend, würde ich auch lesen. Ich bin tatsächlich nicht so im Frauenboxen drin, aber was ich an potenziellen Videos hier und da mal gesehen habe, sieht das mal mindestens genauso brutal aus wie das, was wir von den Herren kennen. Ist das hier auch mal blutig? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht direkt aufgefallen, dass auch Blut fließt. Wie gesagt, an Farben spart er ja sowieso. Also es gibt so auch so einzelne Seiten, wo man so die Verarztung von so einem Cut oder irgendwie so sieht. Also wie gesagt, so Insert-Shots, wie ich sie vorhin schon erwähnt habe. Das gibt es auch bei dem Boxkampf. Aber jetzt, der Comic ist jetzt über einen normalen Boxkampf hinaus nicht sonderlich brutal. Verstehe. Ich würde es lesen. Patrick, wie geht dir das? Würdest du dir nochmal die Hand nehmen? Klar, gerade weil eben durch die TikTok-Challenge bei Creed 3 anscheinend gerade Schlägereien angefangen werden, ist es da sicherer, gerade diesen Comic zu lesen und bei Creed 3 auf die Streaming-Auswertung zu warten. Sieht interessant aus. Übrigens auch so ein Ding, Andi stellt was Queeres vor, daraus könnte man auch so ein Comic-Cookies-Bingo machen. Möglich, ja. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie feindlich gemeint, es ist nur gerade eine Feststellung. Breedstorm ist für Krieg, Andi ist für Queer, ich bin feind damit. Und nee, es sieht wirklich nett und interessant aus. Wir sind die vier Cookies der Apokalypse. Ja, genau. Die Karen, die war auch 2022 für den Ginkgo Award nominiert mit genau diesem Comic, der wohl auf Englisch heißt Punch Your Heart Out. Ganz cool. Und hat an verschiedenen Kurzcomic-Projekten wohl schon noch mitgearbeitet. In der Publikation namens Triebwerk erscheint wohl bei Rotopol, sagt mir jetzt nichts. Ja, cool. Ich scrolle auch mal über ihren Instagram-Account drüber und auch der gibt einen guten Eindruck davon, was man so bei Herzschlag erwarten kann. Das ist ein sehr interessantes Artwork und ich finde es auch toll, dass ich scheinbar hier auch die zwischenmenschlichen Aspekte so einer Geschichte auch gut erzählen kann. Na, schön. Breedstorm, was meinst du? Würdest du es mal in die Hand nehmen und mal lesen? Schließlich geht es hier um Kampfsport und rohe Gewalt und Döner. Ja, also jetzt hast du es mir natürlich sehr schmackhaft gemacht, aber ich glaube nicht, dass das der Döner der Signature-Move von ihr unbedingt ist halt. Aber das wäre ein Thema, das würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, dass wir was zum Reihenblättern und dann spontan entscheiden. Mhm. Vor allem ist es wirklich so, dass bei allen Sportfilmen das Box-Genre wirklich überwiegt, weil sie das am besten vermarkten können. Da sind wir wirklich drauf geeicht. Alles klar. Liebe Breedstorm, dann präsentiere uns doch bitte deinen zweiten Comic für heute. Ja, nachdem ich eben gehört habe, ich bin der Krieg, muss ich sagen, ich bin eher der Tod, weil ich habe jetzt den Tod von Spiru, weil Spiru 54 ist entschieden, erschienen. der erste Spiru seit, ich glaube, 2019 war der letzte in der regulären Reihe. Wir haben ja sehr viele von den Spiru Spezial vorgestellt und die waren auch alle super, aber jetzt geht es in der, ja, in der normalen Handlung von Spiru. Ja, und wir sehen dort wieder einen alten Bekannten, ein Kreativ-Team, nämlich ist es der Herr Schwarz, der sich nämlich auch schon der Epoche der 30er Jahre und 40er Jahre bei Spiru verschrieben hatte, nämlich in Operation Fledermaus als Zeichner. Der macht das zusammen mit den Herren Abitan und Jérif und die Farben sind von Alex Ducey. Und ja, wir sehen hier auf dem Cover sehr beeindruckend, wie die Pagenuniform von Spiru ohne ihn drin auf den Meeresboden sinkt und da kommen so leichte Erinnerungs-Vipes hoch, denn es gab schon mal ein Meeres-Cover bei Spiru und zwar war das die Nummer 15 mit dem Titel Tiefenrausch und in diesem Band wurde der Grundstein gelegt für diese Story hier, denn in Tiefenrausch haben Spiru und Fantasio bereits einmal die, äh, eine Stadt am Meeresboden erkundet und in dieser Stadt spielt sich ein Großteil der jetzigen Handlung ab. Wie immer beginnt das Ganze mit so einem leichten Intro, man findet sich wieder in Rummelsdorf beim Grafen vom Rummelsdorf vor und er stellt fest, dass eben bei dieser besagten Stadt mit dem Namen Corallion plötzlich ein Revival da ist zum Band 15 und zwar wird diese Stadt jetzt touristisch genutzt, das heißt, es ist jetzt so eine Art, ja, ich würde mal sagen Dubai am Meeresboden oder wer Bioshock gespielt hat, so ein bisschen wie diese, wie die Unterwasserstadt in, in, in Rapture, genau. Und Spiru und Fantasio bekommen von dem Grafen von Rummelsdorf den Auftrag, da mal ein bisschen nach dem Rechten zu gucken, denn es gab einen Zeitungsartikel, wo ein bestimmter Herr namens Kylo Protz als Fachberater für diese Stadt dargestellt ist und Kylo Protz, das ist natürlich ja, ein kleiner Buchstabentausch für den Namen Zyklotrop und da müssen sie natürlich auf dem Meeresboden und da nach dem Rechten schauen. Er gibt ihnen natürlich ein Gadget zur Hand, nämlich so eine Art Gel, was man sich auf die Zunge legt und dann hat man so eine Atemblase. Natürlich hat er das aus Pilzen gemacht, weil wir wissen, der Graf von Grummelsdorf ist großer Pilzfan, das ist sein Ding und da hat er was gebastelt. Und so begeben sich diese beiden dann auf dem Meeresboden und müssen dort ein wenig forschen. Mehr wird dann zur Handlung nicht verraten, der Spoiler, der auf dem Cover draufsteht, ist ja schon ziemlich groß. Was ich aber ankündigen muss, es gibt sehr, sehr viele Anspielungen bei dem Ding wieder mal auf ältere Sachen, was ich sehr gut finde, weil die auch nicht so störend eingebunden sind, dass man sich als nur Gelegenheitsleser fragt, was ist das jetzt, sondern das überliest man dann einfach oder sieht irgendwas rumstehen und kann es nicht zuordnen. Das ist ganz gut gelöst, aber wie gesagt, das Ganze endet mit einem Cliffhanger und mehr werden wir dann erst in Band 55 lesen. Mir hat das Ganze ganz gut gefallen, der Herr Schwarz hat ja schon in Operation Fledermaus einen sehr klassischen Strich, so viel Hergé, bisschen Francin, also der weiß schon, was die alten Spiroleser so richtig wollen, die wollen ja keine großen Experimente, haben wir ja gesehen, zwischenzeitlich immer, wenn das versucht wurde, so ein bisschen zu modernisieren, kam das nie so gut an und so haben sie hier mit Sicherheit den richtigen Zeichner für die Serie herangezogen. Es gibt immer mal so kleine sozialkritische Themen, es gibt wieder Anleihen aus anderen popkulturellen Filmen, Comics, Büchern, die hier reinfließen, aber mehr will ich dazu nicht sagen, wer Spiro mag, wird sich den Band auf jeden Fall kaufen und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Also scheinbar ein Comic für Spiro-Fans und mal wieder ein Comic hier auch vom Carlsen-Verlag. Ich glaube, das ist nicht nur unser Rezensions-Verlagsausgabe, sondern auch irgendwie unsere Carlsen-Ausgabe hier diesen Monat. Da ist einiges von denen dabei, muss man schon mal so sagen. Und ja, ich glaube, nichts für Neueinsteiger, okay, das habe ich jetzt verstanden. Alle Standardfragen zu Spiro habe ich in den letzten Monaten auch schon gestellt. Ich glaube, den würde ich mir jetzt einfach aus den offensichtlichen Gründen deswegen nicht unbedingt geben, aber der Patrick, der hat ja schon noch einige Spiro-Ausgaben gelesen. Würdest du den mal in die Hand nehmen? Ich habe den sogar auf dem Lesestapel liegen, kam nur aktuell aus Zeitgründen noch nicht dazu, das zu lesen. Und auch, weil ich den Supergirl-Band, den du letztes Mal vorgestellt hast, noch nachgeholt habe. Aber gerade das Unterwasser-Setting hat mich angesprochen, das Cover, das sieht auch sehr interessant aus. Und ja, auch wenn ich nicht wusste, wer eine gewisse Reporterin da ist, hat mich das Ganze, dem bisschen, was ich da gelesen habe, schon recht angefixt. Ich bin noch am Überlegen, ob ich wegen dem Cliffhanger nicht warte, bis dann der nächste Band rauskommt. Aber wartet man bei franko-belgischen Sachen dann nicht zwei, drei Jahre wieder Minimum? Ich weiß es noch nicht. Ja gut, möglich. Ja, das ist auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dieser Ausgabe habe, dass ich es gut finde, wenn es mehr Teiler sind, dass irgendwie dabei steht, wie viele Teile werden das denn? Dass man das aus markttechnischen Gründen nicht macht, verstehe ich auch. Aber es erinnert mich immer, wie schön das war, als ich in Zurück in die Zukunft 2 im Kino saß und dann am Ende des Films stand, Fortsetzung folgt. Also ich war so wütend. Also da werden die Aufstände bei Creed, die Aufstände bei Creed hier, die von denen ich hier die ganze Zeit lese, die waren scheiß dagegen, wirklich. Dann noch lieber zurückziehen, keinen TikTok installieren und alles schön auf dem Lesesessel von sich hin lesen. Andi, auch noch an dich natürlich die Frage gerichtet, der Tod von Spirou, das klingt ja sehr final, das klingt sehr episch, das klingt so, als müsste man es gelesen haben. Reizt es dich denn? Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, Spirou ist so der absolute Comic-Held meiner Kindertage. Das heißt, ich habe da eine sehr starke Bindung dazu, aber ich habe seit sehr, sehr, sehr langer Zeit keinen neuen Spirou gelesen, bin aber auch seit sehr, sehr, sehr langer Zeit eigentlich interessiert daran, mal diese ganzen neuen Iterationen mal zu lesen, die natürlich immer mehr werden in der Zeit, wo ich sie nicht lese. Ich bräuchte eigentlich mal einen kompletten Monat frei und auch den kompletten Stapel direkt einfach hier neben mir verfügbar, damit ich die mal alle lesen kann. Ich bin immer super interessiert daran, ich muss da einfach wirklich einfach mal einsteigen. Der Band 15 Tieferrausch, den Breedstum erwähnt hat, ist ein Band, den ich aus meiner Kindheit auch noch sehr präsent habe. Also wir reden hier von Grundschul-Andi in den 80er Jahren, die sind da in Ein-Mann-U-Booten unterwegs. Das war eine Science-Fiction-Welt, die mich besonders fasziniert hat, so ein Ein-Mann-U-Boot wie auch aus einem James-Bond-Film. Also da habe ich heute noch Erinnerungen daran, wie ich das in der Grundschule auch mal in einem Aufsatz irgendwie verarbeitet habe, so ein Ein-Mann-U-Boot, weil ich das in dem Comic so gut fand. Also das spricht mich natürlich total an, aber wie gesagt, ich werde jetzt sicherlich nicht wahrscheinlich mit diesem Band wieder einsteigen, aber vielleicht sollte ich es auch doch einfach machen mit diesem Band. Also wenn du ein Mann-U-Boote liebst, dann ist das wahrscheinlich wirklich dein Band, wobei ich da insistieren muss, dass das Science-Fiction wäre. Ich glaube, Tiefenrausch hatte ich jetzt nachgelesen, ist von glaube ich 58, 59 und ich glaube, im Zweiten Weltkrieg gab es schon so kleinere U-Boote, zum Beispiel das Modell Seehund, da konnten schon zwei Leute mit auf U-Boot-Tour gehen, also wirklich so Kleinst-U-Boote gab es schon. Gut, also zumindest aus meiner Erlebniswelt war es auf jeden Fall ein abenteuerliches Gefährt, das weit weg von allem war, was ich kannte. Danke sehr, Jungs. Lieber Patrick, dann bist du dran. Was ist dein zweiter Comic für heute? Also, es ist ja die Ausgabe der Rezensionsexemplare. Ich habe von Egmund aus der Disney Home Marsch Band 3 den Band Dagobert und der Drache von Glasgow zugeschickt bekommen, freundlicherweise. Das ist ein Comic, der wurde geschrieben von Boris, nee, von Joris Chamblein und von Fabrizio Pedrossi gezeichnet und Bruno Tatti hat das Ganze koloriert. Das ist ein Band über Dagobert, der geht wirklich zurück bis ins Jahr 1877, also das Jahr, wo er sein Glücks-10er bekommen sollte. Es spielt kurz nachdem die Familie Whiskerville die Ducks aus der Schloss Dackenburg vertrieben hat, also die quasi komplett verarmt einen Neustart in Schottland wagen müssen und Tick, Trick und Track finden das eben raus dadurch, dass sie ein altes Foto von Dagobert sehen, wo sie ihn quasi bei einer Vorführung von Romeo und Julia im Theater sehen. Die wollen unbedingt wissen, ja okay, was hat es jetzt damit auf sich, deswegen schreiben die Tante Mathilde an und Tante Mathilde schildert dann das Ganze aus ihrer Perspektive was denn damals in dem Jahr vermutlich passiert ist, also es wird viel spekuliert, also keine Achtung Kyle Barks und Don Rosa Fans, das greift nicht eure Kontinuität an, aber es würde sich gut darin einfügen und die Geschichte dazu ist eine wirklich sehr schöne Coming of Age Story mit Dagobert Dack, in der er so eine Art Goonies ähnliche Bande hat, mit der sie, die dann das Geheimnis von dem Drachen von Glasgow herausfinden, aber der Schwerpunkt ist eben wirklich so dieses Coming of Age, Dagobert hat zum ersten Mal Kontakt mit einem Mädchen, muss sich mit den Konflikten seiner Familie durchschlagen, weil es gibt in diesem Dorf auch so ein paar Whisker Wills, also die, die die aus ihrer Burg vertrieben haben, was dann auch zu gewissen familiären Spannungen führt, wir erleben hier die Armut von den Dacks, was eigentlich recht ungewohnt ist, weil wir kennen Dagobert als denjenigen, der Entenhausen gekauft hat und jetzt die Stadt quasi an Entenhausen verpachtet, also da nochmal Mietannahmen aus den zieht, weil dem Entenhausen einfach gehört, aber hier den jungen Dagobert zu erleben, der dann irgendwann dazu genötigt ist, Schuhe zu putzen, das ist eine schöne, kleine, emotionale Geschichte, das hat Petrossi wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, mit so einer Mischung aus cartoonig und detailliert, also du kennst das wie bei Don Rosa, wo er dann auch Mickey-Mäuse irgendwo im Hintergrund einstreut, er baut ab und zu mal seine Signatur ein, das Ganze hat eine sehr, sehr geerdete Kolorierung, also man spürt da so ein bisschen diese düstere Schottland-Atmosphäre und wie Dagobert trotzdem den jungen Abenteurer an sich entdeckt, also im Prinzip, wenn du den auf dem Cover siehst, du weißt jetzt nicht, ist das Tick-Trick oder Track, beziehungsweise es ist dann wahrscheinlich, es müsste dann wahrscheinlich Tick sein, bei ihnen in dieser Kindheitsphase zu erleben, ist wirklich eine sehr schöne Sache und man geht hier wirklich mit einer Detailverliebtheit voran, also wir haben hier wirklich einige Wiedererkennungswerte, also die Don Rosa und vor allem Kyle Barks Comics mochten, die können hier einiges an Wiedererkennungswert finden, auch die Familie wurde so ziemlich detailliert eingestreut und mir hat der Band wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht, nur der Preis ist bei mir so ein bisschen der Knackpunkt, ich finde zum Beispiel, dass Kyle Barks ist jetzt wirklich super, aber er ist ein bisschen angestaubt, ich tue mich da schwer Kyle Barks Kindern zu empfehlen, weil ich da auch, obwohl ich Darubert mag, ab und zu so ein bisschen meine Anlaufschwierigkeiten mit ihm habe, ein bisschen wie heißt fast schon gemächlichere Erzählungen hat, aber ich verstehe es, dass auch unter anderem mit der Kombination von Erika Fuchs, die ja wirklich einige Sprichwörter und Redewendungen eingebaut hat, die wir jetzt noch im deutschen Gebrauch benutzen, dass das seinen Kultstatus hat, aber hier, das wäre wirklich so ein idealer Einstieg Comics auch für Kinder, die mit Darubert bisher noch nicht so viel in Berührung kamen, da ist diese 29 Euro für den Comic vielleicht ein bisschen happig, deswegen würde ich sagen, das ist so als Zielpublikum Eltern, die ihren kleinen Kindern Darubert vorstellen wollen, das vorlesen und dann auch ein bisschen rumnörden können, so und so war das damals bei Darubert und das ist davor passiert, dass die dann den auch ein bisschen Karl Barks und Don Rosa schmackhaft machen können, aber wie ich Egmont kenne, hauen die dann in ein, Jahren vielleicht so eine entschlacktere, kleinere Version, trotzdem noch im Hardcover Format für circa den halben Preis raus, das haben die in letzter Zeit auch immer wieder gemacht, aber an sich ein wirklich schönes Ding, eben auch durch die Detailverliebtheit, man sieht hier auch zum Beispiel vermutlich Vorfahren von Goofy und Pluto und auch dieser Familiendrama Aspekt ist wirklich gut gelungen und der Abenteuer Aspekt, der kommt vielleicht so ein bisschen zu kurz, aber auch da haben sie Spaß und hauen da auch wirklich einiges in die Details rein. Das war für mich von den Humarspenden einer der besten und ich habe die fast alle gelesen, sorry Steffen, bis auf den Goofy-Band, der mich optisch nicht ganz so angesprochen hat. Ja, aber es ist wirklich, also, was hast du gemeint, den Preis ein bisschen habe ich, Alter, 29 Euro, was für 56 Seiten, also sorry, das ist ein No-Go, das ist ein Ausschlusskriterium, machen wir uns doch nichts vor. Also ich meine, das ist wieder ein gutes Beispiel für Rezensionsexemplare, die in dem Fall dann nichts gekostet haben und der ist ja wohl scheinbar auch sehr gut, aber er ist auch viel zu teuer. Wie soll das denn ansprechen? Was muss das denn für ein Papier sein? Ist das mit Gold umrahmt, damit das, das ist schon echt viel Geld, Leute, sorry, das ist nicht in Ordnung. Aber das kosten halt alle, ich gucke hier gerade die anderen Sachen an, auf der Website von Eggman im Shop dort, kann man sich ja alles anschauen und bestellen und das ist alles so die Preisklasse, Leute, das ist nicht für Kinder. Die haben mittlerweile so die entschlacktere Version, kleineres Format trotzdem noch Hardcover für die Hälfte angeboten, also da habe ich auch schon eine Besserung in der Hinsicht gesehen. Auf jeden Fall, ja, ich finde es schon interessant, weil ich glaube, das ist einfach so ein moderner Take einfach irgendwie ein Ansatz, das hier ab acht Jahren auch irgendwie quasi empfohlen, dieses Werk und ich glaube, dass die Disney-Figuren, gerade diese uns all bekannten und geliebten Figuren, dass die es einfach dringend nötig haben, irgendwie nochmal eine Modernisierung zu erfahren, die halt nicht lächerlich ist, weil du hast halt diese junge Generation, diese ganz junge, diese viel zu junge, die halt letztlich Mickey, Maus und Co. vor allem kennenlernt über einfachste Bilderbücher und natürlich auch die Animationsserien, die es zum Beispiel jetzt aktuell auf Disney Plus gibt. Da gibt es nette Sachen, aber auch die sind, also das können wir uns als Erwachsene uns eigentlich nicht länger als zehn Minuten angucken, dann bist du Kirre. Und dann hast du halt natürlich die Generation, die jetzt langsam so aktiv auch ins Geschichtennesen einsteigt. Die wollen irgendwie auch was rausnehmen aus diesen Geschichten. Die wollen nicht einfach nur stumpf unterhalten werden, die wollen halt irgendwie spannend unterhalten werden. Und da könnte das jetzt hier genau das Ding sein, eben auch mit diesem modernen Ansatz, den du jetzt beschrieben hattest. Wir sehen allein schon auch am Artwork, das ist nicht mehr 60er, 70er, 80er, das ist halt eben jetzt hier aktuell. Und deswegen finde ich es persönlich zum Beispiel ganz interessant, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, sorry, da ist schon zehn Euro Manga von hier Alice im Borderland. Auf jeden Fall echt eine ganz andere Preisklasse. Die Konkurrenz schläft nicht, möchte ich sagen. Ja. Ja, kleine Ergänzung, man könnte den Zeichen halt noch von dem Hommageband Mickis Reise durch die Zeit kennen, da ist er mir auch schon sehr positiv aufgefallen. Aber ja, der Preis ist bei mir wirklich so der große Kritikpunkt, wo ich sage, da verbaut ihr euch so eine Generation, die ihr damit vielleicht anfixen könntet, aktuell noch. Wir wissen ja nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht, wenn die da dann vielleicht die preisgünstigere Version raushauen. Absolut, ja. Ein moderner Tag. Disney hat auch so ein bisschen jetzt einfach die ältere Zielgruppe so erkannt, die einfach mehr Geld haben. Ähnlich wie Lego. Das gibt es ja immer noch so lustige Taschenbücher. Ja, genau. Lego wäre genau dasselbe Äquivalent dazu, dass man einfach sagt, ja, okay, die das früher geil fanden, die finden es heute noch geil, wir machen es ein bisschen moderner, vielleicht einen Tick erwachsener und dann werden sie schon richtig Geld dafür ausgeben. Und ich glaube, das ist halt ein Irrweg, weil also gerade in den 80ern, jeder kannte die Mickey Mouse, das hast du dir, oder das ist eine Zeit lang sicherlich ein Heft gewesen, was ich mir richtig regelmäßig geholt habe. Und das verschwindet jetzt alles. Und wenn das halt wirklich, wir wissen es ja von anderen Sammelgebieten, hier Sigurd und andere Piccolo-Hefte und solche Sachen, irgendwann ist die Zielgruppe halt weg. Und dann bist du halt als Verkäufer davon auch weg. Ja, das ist wirklich ein großes Thema und jetzt mal eine Eigenwerbung an der Stelle, wir werden demnächst ein großes Special beim Tele-Stammtisch haben, also einfach die nächste Ausgabe, die jetzt hier für den März, über die Frage Comic Mainstream, was ist das eigentlich? Da habe ich wirklich tolle, tolle Gäste dabei und da muss man einfach auch mal sagen, dass es so wie in den 70ern, als einem quasi diese ganzen Condor-Hefte oder was das war, war das in den 70ern, ich glaube schon hinterhergeworfen wurden, als in jedem Haushalt so ein Ding stand, weil du für ein Appel und ein Ei in den Superhelden-Comic gekriegt hast, das ist vorbei. Diese Form von Mainstream mit der Form, die besteht nicht mehr und sich jetzt hier an dieser Zielgruppe, an dieser doch sehr spitzen Zielgruppe daran zu orientieren, das scheint mir der falsche Weg zu sein, wie wir auch gerade sehen. Die günstigen, auf Masse produzierten Manga für eine junge Generation, die teilweise 200, 300 Euro im Monat nur für Manga ausgibt, das sind die, die gerade finanziell in der Fläche gesehen, den Comic-Markt tragen und nicht die 30 Euro für 56 Seiten von Dagobert. Also, das ist klar, ich will jetzt hier auch nicht die Zielgruppe, das ist einfach zu teuer. Das Konzept scheint mir nicht tragfähig und ich hoffe, dass da aus diesen, dass diesen Erkenntnisgewinn möglichst viele Verlage in den nächsten Jahren mitnehmen. Und nicht etwa kaputt gehen dran, ja, sagte der kleine Podcaster zum großen Verlagskonzern. Schön. Okay, Dagobert, also Brieztorne. Danke für das Rezensionsexemplar. Muss man einfach so sagen. Ja. Brieztorne wird es lesen. Ja. Auf jeden Fall. Diese etwas erwachsene Herangehensweise und etc., das finde ich schon ganz gut. Ich mochte ja auch die Barks-Sachen und ich laufe in der Bücherei immer so ein bisschen drumrum, weil das halt eine riesige Kiste ist, mit der ich dann es aufnehmen müsste, weil da gibt es, also bei uns in der Bücherei richtig viel Kram, in Alben gegossene Disney, alte Sachen. Bei den neuen Sachen, da kaufen sie aber nicht nach. Passt nicht mehr ins Budget. Da sind sie tatsächlich dann eher bei so Sachen wie von Thunfisch. Also die haben zum Beispiel in der Bücherei, die Schlümpfe, die sind da schnell mal zusammengekauft. Aber ich glaube, auch die überlegen sich das mit so einem teuren Band halt. Absolut. Andi, ein junger Dagobert, der gegen Dachen kämpft, das könnte doch spannend sein. Würdest du es dir kaufen? Oder lesen, dass du die Bibliothek mitnehmen? Was meinst du? Genau, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Würdest du es lesen oder würdest du es kaufen? Also ich würde es lesen. Ich mag, ich habe auch von diesen ganzen Hommage-Bänden, diesen ganzen Neueren da, noch keinen gelesen. Aber immer wenn ich sie sehe, gefällt mir der Stil. Also ich mag diesen modernen Zeichen. Stil. Ich mag auch so den Stil von dieser neuen Ducktales-Serie und so. Das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Von daher würden die mich ansprechen. Aber es ist tatsächlich, ich bin nicht tief genug in der Fanbase so drin, dass ich mir eben das 30-Euro-Album kaufen würde. Aber ich würde es tatsächlich aus der Bücherei mal mitnehmen oder so. Oder wenn ich es irgendwie kriegte oder es mal irgendwo rumläge, würde ich es tatsächlich gerne lesen, ja. Naja, aber gerade wenn du dieses neue Ducktales-Format möchtest, ich übrigens auch, dann ist das auch so ein Ding, wo du sagst, okay, gefällt mir. Ich bin auf diese Reihe gestoßen, weil ein gewisser Zeichner namens Louis Trondheim dafür so ein paar Sachen beigesteuert hat. Und dadurch haben die mich dann eben angefixt, weil Louis Trondheim ist eben auch kein Unbekannter. Und ihn dann mal auf Disney losgelassen zu sehen, das hat mir auch Spaß gemacht. Und dadurch habe ich einigen dieser Bände wirklich bis auf den Goofy-Band eine Chance gegeben. Und wurde bisher gar nicht enttäuscht. aber für mich war das hier einer der besseren beziehungsweise einer der besten Bände da hatte ich am meisten Spaß mit gefühlt. Das scheint mir doch aber generell mal ein gutes Fazit zu sein für diese Ausgaben, die da beim Eggman Verlag erscheinen. Die scheinen inhaltlich und qualitativ gut zu sein, wie der Patrick gerade sagt. Und vielleicht sind sie allein deshalb schon ihr Geld wert. Ja, vielen Dank für deine Ausführung dazu, lieber Patrick. Und da komme ich zu etwas, für das ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit einräume. Mal gucken, wie lange wir effektiv brauchen. Und auch das habe ich eigentlich dir zu verdanken, lieber Patrick. Denn im Jahr 2019, da hat der Carlsen Verlag eine gesammelte Edition des wirklich Opus Magnum, steht auch vorne drauf, von Berlin von Jason Lutz veröffentlicht. Der Jason Lutz, der hat in den 90ern bereits angefangen, diese Geschichte mit dem großen Titel Berlin in drei Teilen zu veröffentlichen. Und nach Band zwei von drei war eine längere Pause drin. Ich glaube, seine Kinder waren da nicht ganz unschuldig dran, dass es ein bisschen gedauert hat. Irgendwann kam dann Band drei und 2019 hat der Carlsen Verlag dann nochmal die gebündelte Ausgabe davon rausgehauen. Auch der Jason war hier in Frankfurt am Main zu Besuch im Rahmen einer Signierstunde. Und zu der habe ich es nicht rechtzeitig und pünktlich geschafft, aber du warst so nett. Lieber Patrick, mir das Ding zu kaufen, eine Signatur gleich mit abzuholen und dann nochmal, hier gibt es irgendwie noch eine, habe ich auch in der Hand gerade so eine Art Postkarte von etwas, das wirklich, also klar, Opus Magnum heißt ja erstmal nur großes Werk letztlich, aber das ist schon wirklich auf vielerlei Ebenen sehr beeindruckend und deswegen Teil meiner Reihe von Annelies Dinge, die er schon immer mal lesen hätte sollen und die viel zu lang in seinem Regal stehen und die scheinbar Meisterwerke sind. Und so viel schon mal vorweg, das ist ein Meisterwerk, ganz ohne Frage. Diesen Comic hier, der was bei 550 Seiten mitbringt in der gesammelten Ausgabe, das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir haben hier grundsätzlich die Geschichte Berlins und zwar erzählt durch verschiedene Figuren, die in Berlin verschiedene Dinge erleben. Das Ganze beginnt im Grunde nach 1928 und zwar zitiere eine Martha Müller eben in die Metropole Berlins, die kommt aus dem damals noch sehr kleinen Köln und studiert erst einmal Kunst. Im Laufe der Handlung, die sich hier bis so Anfang der, ich glaube, es ist eher Ende der 20er, Anfang der 30er, ich weiß nicht genau, erstreckt. Ich glaube, es ist die Ernennung zum Kanzler Hitlers bis dahin erstreckt. Auf dem Weg dorthin in diesen verschiedenen Jahren, teilweise nach Monaten untergliedert, da kriegen wir quasi die Geschichte, vor allem der Stadt erzählt eben durch verschiedene Figuren hier in diesem Comic. Da ist mal dabei unsere Martha Müller, da ist ein Journalist namens Severing dabei, da sind aber auch andere Studenten dabei, da sind natürlich auch politisch engagierte Leute dabei, die bei der Kommunistischen Partei aktiv waren, da sind natürlich auch Leute dabei, die mit der NSDAP marschiert sind und auf deren Seite unterwegs waren, da sind die Juden, die spielen eine Rolle, da spielt auch mal eine schwarze Jazzband eine Rolle und viele, viele, viele weitere Personen, die hier in diesem riesen Comic eine Rolle spielen und ihr merkt schon, das Ganze präsentiert uns jetzt hier keinen klassischen Plot. Ihr kriegt keine großartige Geschichte erzählt, die von A nach B führt, sondern ihr kriegt eigentlich verschiedene, vor allem Alltagssituationen, viel Zwischenmenschliches erzählt und in der Summe ist das dann einfach ein Cocktail der Emotionen und Gedanken und Gefühlswelt der Berliner Gesellschaft zu diesen Zeiten und vor allem auch der verschiedenen Strömungen, politischen Strömungen, wie auch Menschen, die dort Dinge erlebt haben. Meines Wissens ist das hier, was gerade dieser individuellen Person angeht, alles fiktiv und der Jason Lutz, der hat das vor allem auch von den Staaten ausgeschrieben. Er hat es sich also im Rahmen seiner Recherchen erst zum Experten der goldenen 20er in Berlin gemacht und er wird schon jemals irgendwann auch in Berlin gewesen sein, aber das war eigentlich eher so, dass er von den Staaten aus letztlich dieses Ding gemacht hat hier. So, und das Ganze kommt so ein bisschen auch daher, wie wirklich so, als würdest du dir eine Staffel oder meinetwegen auch mehrere Staffeln einer TV-Serie anschauen, die verschiedene so Szenen, so ein bisschen wie so eine Soap, aber nicht ganz so soapig, aber schon auch mit Anteilen davon erzählt wird und ist vor allem für mich deswegen spannend gewesen, weil halt so viel drin steckt. Es ist ein Geschichtscomic und Leute, ich kann mich mit trockener Geschichte manchmal echt schwer tun und hab da auch Dinge gelesen, die ich sehr anstrengend fand, aber das Ganze hier ist immer so nah an den Figuren dran, dass es mich immer zu unterhalten wusste, dass wir Entscheidungen an einzelner Figuren und auch die Interaktionen eines der Figuren miteinander und untereinander sehr gut nachvollziehen können und da sind diverse Beispiele, die ich jetzt hier in meinen wirklich ganz vielen Post-its, die ich hier in diesem Buch drin habe, gleich mal punktuell anreißen werde. Da sind Dinge drin, die haben mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Zum Beispiel, ich hatte sie schon erwähnt, man könnte sagen, so ein bisschen der rote Faden des Comics ist gegeben durch Martha Müller, unsere Kunststudentin, und diesen Severing. Severing ist Journalist, er ist auch ein liberaler Journalist, das heißt also, er versucht sich tendenziell, er aus den Geschehnissen rauszuhalten, sich nicht für die rechte oder linke Seite zu entscheiden, sondern verhältnismäßig neutral über Dinge zu berichten, aber irgendwann kommt der Moment, da verzweifelt er natürlich an den Geschehnissen in Deutschland damals. Er und die Marthe, die kommen zusammen. Und sagen wir mal so, er war vorher mit anderen Frauen zusammen und sie sieht in ihm auch nicht den letzten Partner ihres Lebens, auch da lernen wir noch folgende, naja, vor allem auch Partnerinnen kennen, und all das sind so Dinge, die sich auf diesen 550 Seiten entwickeln, die ich gern unterhaltsam, also gern gelesen habe und ein Stück weit auch unterhaltsam fand, weil sie glaubhaft waren. So, das erstmal so zum Plot. Das Ganze kommt, kann man durchaus sagen, in dieser Linie Claire daher, also es ist ein sehr sauberer Strich, ein Artwork, an dem alles sauber ausformuliert ist, auch ganz oft, also wirklich ganz klassischen, quadratischen oder rechteckigen Panels viel eher, und da kann ich jetzt sehr viel mehr gar nicht sagen, außer dass das halt wirklich sehr detailverliebt ist, aber das Spannende ist ja, ist wie er das umsetzt. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber das ist ein Meister seines Fachs. Er nutzt die Mittel des Mediums-Comics sehr gut. Ein ganz einfaches Beispiel ist das, unser Severing, unser Journalist, der trägt eine Brille und der sitzt irgendwann mit seiner Geliebten im Bett und macht so Dinge, die man halt so mit seiner Geliebten im Bett macht und irgendwann ist da so ein Panel mitten zwischen ganz vielen anderen Panels, das ist ganz verschwommen, das wirkt, als wäre das Original schlecht eingescannt worden, als wäre hier irgendwie der Druck schlecht gewesen oder was auch immer, aber recht schnell wird deutlich, das sind Panels aus Sicht von Severing, der gerade zu dem Zeitpunkt keine Brille trägt. deswegen ist es alles so matschig und verschwommen und das halt so alle sechs, sieben Panels mal und das habe ich so noch nicht gesehen, das fand ich cool, fand ich beeindruckend und schön. Was er auch schafft, ist es, absolute Alltäglichkeiten der Personen, die wir hier eben in diesem Comic sehen, miteinander zu verbinden. Da ist eine Geschichte von einem Typen, der ist Kunststudent, der ist ein bisschen irre, der bildet sich Sachen ein und sieht aus den Bildern und der malt irgendwas und irgendwann merkst du, okay, was er gerade erlebt, ist scheinbar nur so eine Art Traum, das heißt, zack, Schnitt, er wacht auf, er pullert irgendwie in so eine Kanne rein, also so absolute Alltäglichkeiten in der Nacht und dann hat er irgendwie noch so ein Bild gefunden, dieses Bild knittert er und dieses Bild wird geknittert aus dem Fenster geworfen, landet auf dem Boden, direkt vor den Füßen einer Figur, die wir dann im späteren Comic auch noch besser kennenlernen und so sind zwei wirklich überhaupt nicht in Verbindung stehende Figuren plötzlich zumindest durch das Artwork und durch den Bildverlauf miteinander verbunden und zwar flüssig, lückenlos und wie ich finde, super angenehm zu lesen als eines von vielen Beispielen dafür, wie er letztlich diese Mittel des Mediums nutzt oder auch der Umschnitt, also wir müssen uns das vorstellen, okay, 20er Jahre, der Erste Weltkrieg, der ist jetzt vorbei, wir haben eine ganze Menge Menschen, die haben diesen Ersten Weltkrieg überlebt, viele Traumata müssen verarbeitet werden, es gibt gerade in Berlin auch eine Menge Leute, die krüppel sind, also Menschen mit Behinderung, die haben ja keine Beine mehr, die betteln, was unsere Marte zu dem Zeitpunkt, die aus dem Zeitpunkt noch sehr beschaulichen Köln wohlkommt oder einem Vorort von Köln so in der Form noch gar nicht kennt und dann haben wir die Szene, eine Person läuft über die Stadt, durch die Straßen, wird von einer anderen Person angepöbelt und dann haben wir von Panel auf Panel auf einer Seite den Übergang von dieser pöbelnden Person in einen Rückblick. Diese Person erinnert sich plötzlich und die spielt sonst in dem Comic überhaupt keine Rolle an eben eine konkrete Situation im Schützengraben im Ersten Weltkrieg und wer da wie, warum stirbt und warum das traumatisierend war. Diese Person spielt vorher und nachher in diesem Comic überhaupt keine Rolle, aber dieser Übergang ist super flüssig und macht vor allem eins, er vermittelt eine Emotion, eine Emotion, wie er wohl zu dem Zeitpunkt für viele Menschen stellvertretend zu stehen scheint, für diese ganzen Störis, die es auch damals schon in Berlin gegeben hat und wie die eigentlich zu diesen Störis geworden sein könnten. Und hier steckt so sehr viel mehr drin. Hier ist zum Beispiel auch, ich meine, ich habe von Kunststudenten gesprochen, da gibt es also auch mal eine Kunstvorlesung und da gibt es ja hier diesen einen Dozenten, der jetzt den Kunststudenten erklären möchte, wie das eigentlich mit Perspektive ist und wie Perspektive funktioniert und welche Striche man jetzt hier beim Fluchtpunkt miteinander kombinieren müsste, damit das Ganze eben wirkt, wie es wirken soll und vieles, vieles Weitere, was hier einfach auch wirklich dem ganzen Comic in ganz vielen Panels auf ganz vielen Seiten eine wahnsinnig faszinierendere Meta-Ebene einfach noch verleiht, der ich nicht genug abgewinnen kann an der Stelle. Was auch drin steckt und was auch als wiederkehrendes Element drin steckt, es ist sehr deutlich, dass es unserem Jason Lewis gar nicht darum geht, dass er hier so viele Figuren und es sind eine Menge Figuren, die wir hier auch den 550 Seiten kennenlernen, dass er diese in den Mittelpunkt rücken möchte. Er möchte viel eher der Gesamtgesellschaft und zwar durch alle Schichten hinweg einen Raum bieten und das tut er zum Beispiel, indem wir hier eine Szene sehen, ein Schaffner geht durch einen Zug und in diesem Zug müssen Menschen kontrolliert werden und alle Menschen haben, das gibt es auch in Straßenbahnen solche Szenen und in vielen weiteren, all diese Menschen haben so Gedankenblasen. Ja, also das ist ja also keine verbundenen Striche, sondern halt so, ihr kennt das, ihr wisst, wie der Unterschied zwischen einer Sprechblase und einer Gedankenblase ist, ich brauche hier nichts zu erläutern, aber die haben alle diese Gedankenblasen und in diesen Gedankenblasen denken sie an das, was sie halt zu denken. Sowas wie, ich möchte jetzt ein Würstchen essen oder ich habe nur 50 Pfennig für meine Rasur bezahlt, gar kein schlechter Preis, oder? Also wirklich so, wirklich total random Gedankengänge, die Menschen damals gehabt haben könnten und das vermittelt uns wirklich einen sehr konkreten, guten Eindruck davon, wie wahrscheinlich damals in Berlin die Menschen so getickt haben. Was für eine Rolle spielt Religion, welche spielt sie vielleicht auch nicht mehr, wie offen ist eine Stadt wie Berlin in den Jahren damals, also da gibt es eben auch so wirklich so, da gibt es so Sexpartys, da spielen auch ein Stück weit Drogen eine Rolle und ich finde, das nimmt im Buch natürlich dann irgendwann einen gewissen Schwerpunkt ein. Auch hier gibt es viele queerer Aspekte, die dann Stück für Stück mit reinkommen und ja, das ist gerade der dritte Teil ist wohl parallel erschienen zu dieser Babylon Berlin oder wie diese Serie hieß, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber auch eine Menge, genau, die eine Menge Menschen erreicht hat auch und da ist es wohl auch kein unwesentlicher Teil, der damit einhergeht. Ja, wir sehen einfach, wie verschiedene Gesellschaftsschichten, Geschichten, verschiedene Gesellschaftsschichten Berlins innerhalb dieser Jahre, wie die so gelebt haben müssen, was macht man eigentlich, wenn plötzlich kein Holz mehr da ist, wenn es kalt wird, dann werden natürlich die Bäume unten auf der Straße gefällt. All das, er schlickt, der Jason Lutz nimmt auch kein Blatt vor den Mund, was Nacktheit angeht, das ist hier für ihn eine ganz natürliche, selbstverständliche, auch teilweise mit absolut wunderschönen Seiten präsentierte Natürlichkeit hier, also wenn er, oder Severing, dann mit der Martyr, wie sie glaube ich heißt hier, wenn er mit der schläft und dann entflieht er so in so eine Gedankenwelt irgendwie in einem Park, ist es eine Art Feeling Setting und ein Panel umschließt ein anderes Panel und wir haben letztlich hier einen Kreis an Panels und in der Mitte dieses Naturpark-Panel-Gemisches sitzt halt unser nacktes Pärchen und schaut sich einfach nur liebevoll an. Wirklich, Leute, das, das finde ich schön. Da kann ich nichts anderes sagen. Ich finde es auch gut, dass die jüdische Bevölkerung hier einen großen Abschnitt bekommt, die natürlich auch im Ersten Weltkrieg mit im Schützengraben saß. Das wird gern mal vergessen, gerade von den Nazis, dass die auf jeden Fall auch ihr Vaterland verteidigt haben zu dem Zeitpunkt. Es steckt so viel drin, es ist so voll, es sind natürlich rassistische Sachen mit dabei. Es gibt ja diese Jazzband, die ich glaube ich kurz angerissen hatte. Das sind alles Person of Color, die halt dann in Deutschland beziehungsweise explizit in Berlin da eine Dauerbuchung haben und da dauerhaft in einem Club spielen. Denen passieren natürlich Dinge und es gibt auch und das ist hier zum Beispiel am Ende des ersten Teils der Fall eine, das sind ja drei Teile dieses gesammelte Ausgabe hier von Berlin. Am Ende des ersten Teils gibt es einen Todesfall, einer Figur, die wir vielleicht nicht unbedingt lieb gewonnen haben zu dem Zeitpunkt, aber mit der wir zu dem Zeitpunkt bereits ca. 210 Seiten geteilt haben, zumindest ein Stück weit, deren Familie wir kennen und deren ja in dem Fall auch politische Einstellungen wir kennen und die ist halt dann tot und das war wirklich beeindruckend, weil das natürlich dann auch ist ja alles nur fiktiv, aber auch in den folgenden Seiten und den folgenden Ausgaben eine größere Rolle spielt. Das war alles gut. Hier spielt Industrialisierung eine Rolle oder generell auch mal, wenn wir einfach mal nur so eine, wie so eine Art, das würde man Drohnenaufnahme sagen, also auf jeden Fall eine Vogelperspektive auf die Stadt haben, das ist so ausgearbeitet, so detailliert und vor allem auch architektonisch wirklich gut recherchiert. Die Recherchearbeiten für diesen Comic haben ihm wohl ganze zwei Jahre in Anspruch genommen, den Jason und das glaube ich sofort. Da würde ich nie dran zweifeln. Der kennt Berlin besser als ich und ich bin in diesem Land halbwegs aufgewachsen. Also wirklich muss man sagen, mega beeindruckend. Der schafft es sogar hier, den Nazi, der seine beiden Kinder in der Badewanne badet, auch den für den Moment irgendwie nett erscheinen zu lassen und das muss man erst mal schaffen. Und ja, sei es drum, von mir eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung hier in der Ausgabe, die auch 50 Euro kostet, aber wie gesagt, 550 Seiten mitbringt. Ich hatte die jetzt in der Hand, die ist toll verarbeitet und die halt jetzt vor allem einen wirklichen, einen Ausschnitt erzählen möchte von der Gesellschaft Berlins, wie wir sie damals haben, die viel Alltäglichkeiten präsentiert, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise, die an den richtigen Momenten auch, wenn man so will, dramatische Höhepunkte setzt und die vielleicht im letzten Drittel, also im aktuellsten der drei Teile, sagen wir mal so, auch da noch ein sehr guter Comic ist, aber da habe ich jetzt nicht mehr so viele Markierungen, von denen ich hier unbedingt noch berichten möchte. Ja, Berlin gönnt euch, ist auch nicht so Arbeit, wie es vielleicht klingt, ganz im Gegenteil. Patrick, du hast den damals auch gekauft, hast du den auch gelesen? Ja, und ich kann dir in vielen Punkten mit übereinstimmen. Also, ich habe dir das gerne organisiert, ich habe den auch sehr gerne gelesen. Im Prinzip trifft das, was du sagst, zu, das ist im Prinzip ein Sittengemälde oder eine sehr authentische Studie von Berlin, also, falls wir Berliner Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, sagt uns gern, ob das Berlin ist, weil mir kam das wirklich durch dieses Ungeschönte wirklich sehr authentisch vor. Es hat wirklich viele Parallelen zu Babylon Berlin, weil wir da merken, dass das Naziregime kurz davor ist aufzusteigen und es setzt für mich genug dramaturgische Höhepunkte, dass das nicht so wirkt, als würde das vor sich dahin dümpeln, sondern du hast hier wirklich eine extrem schöne, detaillierte Studie und auch wie die, wie sie versuchen, alles quasi abzubilden, ist wirklich sehr schön gemacht. Das letzte Panel, das haben sie noch mal in, als Foto beiliegen und in Dutzend Ausführungen, um zu zeigen, was für eine Detailverliebtheit Jason Lattes dafür hingelegt hat und wir müssen dann wirklich überlegen, wie lange es zwischen Band 2 und 3 gedauert hat, bis das veröffentlicht wurde. Schon allein das ist eine Aufgabe für sich, dass halt dieses Mammutprojekt dann doch noch zu Ende bringen konnte. Wir erleben das ja gerade in Zeiten von Netflix und Co., wo Sachen mittendrin einfach gecancelt werden. Deswegen ist es trotzdem irgendwie schön, dass irgendwas zu seinem Ende geführt werden kann. Und da können wir auch dem Verlag danken, dass die das Vertrauen hatten über all die Jahrzehnte. dass Jason Lattes da freie Hand hatte und das erzählen konnte, was er wollte. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, obwohl so gesehen oft, wenn man es jemandem erzählt, vielleicht nicht unbedingt viel passiert, aber es wird trotzdem über viele Kleinigkeiten sehr, sehr viel irgendwie doch erzählt. Und selbst jemand wie ich, der jetzt keinen großen Kontakt mit Berlin hatte, dann irgendwie so ein halbwegs gutes Gefühl bekommt, wie es in Berlin damals gewesen sein muss, ist das wirklich eine sehr schöne Ergänzung. Film- und Serientechnisch sind wir ja wirklich dann auch sehr, sehr viel in Berlin zu dem Zeitpunkt, wo auch Berlin Alexanderplatz mal wieder eine Verfilmung unterwegs ist. Ich kann die Faszination verstehen, irgendwo zwischen Arm und Reich, diese Schere, und das bringt der Comic wirklich sehr, sehr gut rüber, dieses Dazwischen und einfach das menschliche Leben dazu. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das damals im Geschichtsunterricht gewesen ist. Das ist wie eine Zeit, die ist bei uns da rauf und runter exerziert worden und ein Stück weit war es dann aber doch irgendwie letztlich schon so, dass du eigentlich nur die Wahlergebnisse durchgegangen bist. Es ging so letztlich um, ja hier waren halt die Kommunisten die größere Macht und da war ungefähr die Prozentverteilung, da war die Front und da war die NSDAP irgendwie mit den Prozenten vertreten und dann gibt es dann noch die bürgerliche Mitte und aus genau diesem ganzen Sumpf an Informationen wird dir dann irgendwie versucht die deutsche Geschichte nahe zu bringen. Aber sie ist relativ steril, relativ weit weg und dieser Comic, der schafft es zumindest diesen Zeitraum innerhalb Berlins irgendwie nahbarer und greifbarer zu machen und das allein schon ist es, ist ein Ding, das muss man, kann man gar nicht hoch genug hängen an positiven Punkten. Gerade wenn man weiß, dass der Jason Lutz halt wie gesagt, der ist halt nicht unbedingt Berliner und der ist halt nicht, der hat auch andere Sachen in seinem Leben gemacht, als jetzt in Berlin zu leben und da Recherchen für seinen Comic zu machen, dass der es schafft, dann so ins Detail zu gehen und das Ganze wirklich glaubhaft darzustellen, der hat sich ja, hinten gibt es einen riesen Anhang mit Büchern und anderen Quellen, die er da halt irgendwie zur Rate gezogen hat. Das ist wirklich was, das verleiht der deutschen Geschichte mir, aus meiner Perspektive, der ich wahrscheinlich viel zu unwissend bin, nochmal einen ganz anderen Zugang zu genau diesem Thema und das finde ich wirklich toll. Ja, Jason Lutz, ich habe mir jetzt noch den zweiten von ihm bestellten Narren, den habe ich noch gekriegt, aber sowas wie Herbstfall oder Houdini, das sind zwei weitere Werke von ihm, habe ich jetzt auf die Schnelle heute Vormittag nicht im Netz finden können, also wenn ihr da Möglichkeiten habt, mir den zur Verfügung zu stellen, liebes Publikum, ich kaufe ihn euch auch ab. Ja, lieber Andi, ich weiß, Jason Lutz, du hast es sofort erkannt, als ich ein paar Bilder waren, glaube ich, in die Chatgruppe geschrieben habe. Kennst du Berlin, kennst du Jason Lutz? Ja, also teilweise kenne ich. Ich habe den, du hast ja schon erwähnt, in Deutschland ist der Comic ja erst mal in drei Bänden erschienen, über mehrere Jahre hinweg. Der erste Band ist vor 20 Jahren erschienen und ich habe ihn dann irgendwann so, also irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren muss es wahrscheinlich her sein, dass ich diesen ersten Band gelesen habe und ich glaube auch, dass ich damals auch Narren gelesen habe. Das heißt, ich habe Teile von seinem Werk gelesen und es ist sehr lange her, aber seinen Zeichenstil habe ich dann eben auch schon durchaus wiedererkannt in den paar Panels oder Seiten, die du da immer in die Gruppe geschickt hattest. Ich habe natürlich seine Sachen auch über die Jahre, selbst wenn ich sie jetzt nicht aktiv gelesen habe, immer wieder auch gesehen und auch wahrgenommen, dass dann irgendwann auch der nächste Band rausgekommen ist und dass es eben mittlerweile auch diese Gesamtausgabe von Berlin gibt. Wäre ich absolut interessiert daran, das auch mal zu lesen. Wie gesagt, das, was ich damals gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Zeichenstil sehr gerne. Ja, kam bei mir bisher jetzt so noch nicht rum, aber es ist auf jeden Fall für mich auch sehr interessant. Und es gewinnt halt wirklich nicht nur durch das historisch ausgearbeitete, durch die zwischenmenschlichen Geschichten. Es gewinnt halt vor allem auch eben, weil es ein Beispiel, den ich jetzt genannt hatte, auch wirklich mit diesem Medium einfach umzugehen weiß, weil der Jason da halt durchaus mit beschäftigt hat. Lieber Breedstorm, hast du Berlin schon mal in der Hand gehabt? Das ist ein Comic. Ja, tatsächlich den ersten und den zweiten Band habe ich gelesen. Den dritten Band hat mir der Steffen von der Signieraktion im T3 mitgebracht. Aber ich habe dann, als ich reingeblättert habe, schnell festgestellt, da muss ich erst mal wieder die zwei anderen lesen, weil es sehr lang her ist. Und ich kann auch genau sagen, wie lang her. Am 3. September 2010 habe ich geschrieben, Jason Lutz beweis dabei einen Blick fürs Detail, egal ob es auf Plätzen Berlins geschichtliche Hintergründe oder die Begleitung der unterschiedlichen Schichten ist. So verschwindet die Grenze zwischen grafischer Novelle und einem historischen Roman. Durch seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen unterstreicht er noch die kalte, gefährliche Atmosphäre der Megastadt. Großartiger Blick auf eine Epoche der deutschen Geschichte, die in den Medien und den Geschichtsunterricht oft zu kurz kommt. Also das Fazit ist schon ziemlich ähnlich dem, was du eben auch hattest. Ja, alles klar. Und das zu Berlin. Weißt du Bescheid? So, mega. Jetzt kommt der Moment, der große Moment, der einzig wahre Moment, genau diese Ausgabe, wo wir uns zusammen hinsetzen und reden über einen gemeinsamen Comic in der... Wir wollen sprechen über Unvermögen. Ein Comic, der ist erschienen bei Edition Moderne und der kommt von niemand geringeren als Andreas Kiener. Den habe ich schon von der ganzen Zeit gelesen und fand den damals schon dermaßen beeindruckend, dass ich es nicht anders konnte, als ihn mir dann auch zu schnappen, den Künstlern, habe den dann damals interviewt. Damals klingt so lange her. Es sind glaube ich tatsächlich aber anderthalb bis zwei Jahre und nun hat der Andi gemeint, er würde den auch lesen. Sag mal, wie kamst du auf Unvermögen? Also ich habe den auch wahrgenommen, als er damals rauskam. Ich fand den damals auch schon auf jeden Fall erst mal optisch auf jeden Fall sehr ansprechend und ja, als es dann darum ging, was lesen wir für die Cookies Code Authority, bin ich halt mal wieder so durch unseren Fundus gegangen und habe den da auch gefunden und dann entsprechend mal eben in die Runde geworfen, ob ihr den schon gelesen habt und ob ihr interessiert wäret, den hier mal zu besprechen, einfach weil ich Interesse hatte, ihn zu lesen. Und ja, ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand den sehr ansprechend und ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt schon mehr ausführen soll oder erst mal die anderen der Runde ein paar Worte dazu verlieren wollen. Hör ruhig aus, ist ja dein Vorschlag. Vielleicht kannst du auch schon die Handlung kurz zusammenfassen. Alles klar. Also wir befinden uns in einer, ich würde mal sagen, etwas dystopischen Welt, schon eine Science-Fiction-Welt auf jeden Fall. Ein kleines Mädchen wird begleitet, beschützt, bewacht von einem großen Roboterbären. Es ist eine, ich würde sagen, autokratische Welt. Menschen sind irgendwie in einer gewissen Stadt oder so. Gefangenen ist vielleicht zu viel gesagt, aber so schon, draußen scheint nicht viel los zu sein und in dieser Stadt ist alles so ein bisschen, es gibt anscheinend eine obere Klasse und untere Klasse, wie man das in solchen Dystopien so häufiger hat und dieses Mädchen, über das wir erstmal nicht allzu viel erfahren, wir wissen, dass die Mutter ist irgendwie weg und die Großmutter ist weg. Väter werden nicht erwähnt. Finde ich sehr, sehr spannend zum Beispiel schon mal, dass wir dieses Mädchen haben und eben die Mutter und die Großmutter erwähnt werden, aber weitere Familienverhältnisse da gar nicht mit erwähnt werden und sie begibt sich auf die Suche oder sie will die Mutter suchen und dieser Roboterbär, von dem sie da, der so ein bisschen der Babysitter ist und auch eine, ja, eine KI ist, soll ihr dabei helfen, die ganze Welt, also es gibt auch ein Prolog in dem Comic, fand ich sehr interessant, der von den Seitenzahlen her mit Minus beginnt, ich weiß nicht mehr genau an welcher Stelle, aber sowas wie ein Countdown quasi eben bis dann eben zu Null und dann eben mit Eins dann die eigentliche Geschichte losgeht und dieser Prolog ist eigentlich dazu da, zu sagen, also theoretisch gibt es absolut die Möglichkeiten, dass man alles vorberechnen und alles erfahren kann, also dass man quasi auch den kompletten Verlauf der Welt prognostizieren könnte und für jede einzelne Person auch den Todeszeitpunkt und die Art des Todes, es gibt dann nur so quasi so technische oder monetäre Hindernisse, dass diese Maschine theoretisch nicht gebaut wird, aber prinzipiell die Wissenschaft wüsste, wie das funktioniert und wir erfahren im Verlauf der Geschichte, dass dieser Roboterbär, ja, eigentlich mehr oder minder diese Maschine ist, die so gewisse Sperren im Prozessor mit eingebaut hat, dass er eben nicht das mächtigste Wesen im Universum ist, aber prinzipiell wäre das möglich, also es geht irgendwie um diese Firma, die diese Roboter baut, wo die Mutter auch mit dran beteiligt war, aber eben verschwunden ist, weg ist irgendwie und ja, dieses Mädchen sich auf die Suche nach der Mutter begibt, aber dabei dann eben auch an die ehemaligen Kollegen, sage ich mal, der Mutter irgendwie mit dran gerät, also es bleibt alles ein bisschen mysteriös und offen, der Comic erzählt nicht so jeden Faden direkt zu Ende, es wird, für mich ist es hauptsächlich so eine Übung im Worldbuilding, ich finde die Charaktere sind durchaus klar, ich finde auch die Welt ist in gewisser Weise klar, also ich finde vor allem zeichnerisch, ist sehr, sehr, sehr ansprechend, es sind viele Seiten, die auch ohne Sprechblasen, ohne Text auskommen, mag ich ja immer gerne, also wirklich, wo hier eigentlich nur Szenen gezeigt werden aus der Welt, wo sie Ansichten der Stadt, Ansichten der Menschen, die dort leben, wie sie dort leben, gezeigt werden und dann hört er halt auf und das ist der Punkt, über den ich dann mit euch nochmal sprechen will, auch im Vergleich PDF versus Print, was wir vorhin schon mal angerissen haben, wie das das Leseleben vielleicht beeinflusst, also es ist eine in gewisser Weise offene Geschichte, die aber für mich hier prinzipiell auch zu Ende sein könnte, aber auch weitergeführt werden könnte, hauptsächlich, finde ich, präsentiert eben dieser Comic eine interessante Welt, in der ich mich oder durch die ich mich gerne habe führen lassen von den Figuren und in der ich auch durchaus interessiert wäre, mehr Zeit zu verbringen, sei es mit diesen Figuren oder auch mit anderen Figuren, die in dieser Welt irgendwas erleben. Ja, gerade das Worldbuilding-Thema kann ich absolut nachvollziehen. Patrick, aus deiner Sicht, was für eine World wird denn hier gebildet? Ist es dystopisch, ist es utopisch, an was erinnert sich dich vielleicht? Ich würde sagen, es ist sehr dystopisch, der Rote hat mich so ein bisschen an Baymax nur mit einem Bärenkopf erinnert, also auch vom Beschützerinstinkt und allem, nur dass er eben den Asimov-Gesetzen unterworfen ist. Also er kann keinen Menschen verletzen, er kann nicht lügen. Die Entwickler haben sich da wirklich ein paar interessante Auflagen quasi überlegt, womit sie den stillhalten können und trotzdem schaffen die das dann irgendwie. es ist ja eine KI, das Ganze dazu zu bringen, zu umgehen. Ich fand die beiden als Team wirklich drollig. Ich mochte die Optik, ich mochte das Weitläufige und eben auch wirklich viele der Details haben mehr ausgesagt, als es einige Wörter hätten können. Ich bin diesem Team wirklich gerne gefolgt. Ich fand, teilweise hat man Elemente wiedererkannt, das mit der mit dem Arm, wo dann das Geld quasi gespeichert ist und du bist ohne Geld quasi nichts. Es hatte so ein bisschen so leicht Black Mirror Vibes mittendrin. An sich wirklich, ich würde dem auch in anderen Spin-Offs folgen. Im Prinzip kannst du dieses offene Ende auch so interpretieren, dass jetzt der Anfang ihrer Reise angefangen hat, aber ich würde auch ihre weitere Reise sehen. kannst in der Welt dich noch richtig austoben. Im Prinzip ist der Band, wie es Andy schon gesagt hat, die Einführung dieser Welt. Jetzt hat er den Spielplatz aufgerollt, jetzt könnte er sich da richtig drin austoben. Bin mal gespannt, was er da mit einem actionmäßigeren Szenario machen würde. Aber es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Breedstorm, wie sieht das bei dir aus? Welche Eindrücke hast du nach dem Lesen? Ich meine, das ist ja hier offensichtlich alles Großstadt, ist die hier zum Beispiel auch parallel zu Akira. Was meinst du nach erstmaligem Lesen? Ja, also mir hat der Band wirklich sehr gut gefallen. Ich mochte das Szenario, ich mochte die Zeichnungen. Die Kohle hätte ich mir manchmal ein bisschen knalliger gewünscht, aber ich habe so ein Faible für diese Storys, sagen wir, Erwachsener zieht beschützend mit einem kleinen Kind durch die Gegend. Und hier haben wir einen Bären-Droiden, hier haben wir einen Bären-Droiden, aber da gibt es ja ganz viele Storys davon, die das so beschreiben. Lone Wolf and Cup zum Beispiel oder auch andere haben da ja schon einiges dargestellt in der Vergangenheit und das mochte ich sehr. Ich mochte auch so Anspielungen zwischendurch. Er hat zum Beispiel auf einer Seite bei einem älteren Herrn in der Wohnung hängt ein Plakat an der Wand von Queen, das Cover von News of the World von dem Album hat der so einfach mal in den Hintergrund reingezeichnet. Das ist natürlich auch so ein Roboterwesen auf dem Cover drauf, auf dem Bild und da kommt so die Verbindung aus dem Science-Fiction Motiv. Exakt und das hat er natürlich sehr gut mit eingepflegt. Ganz genau und das ist natürlich auch, weil du jetzt auch diese Beispiele genannt hattest mit dem Hintergründen und so, hier steckt ja so viel drin, das sind, ich möchte nicht mal von Easter Eggs sprechen, weil das sind direkte Referenzen auf Filme und andere aus der Popkultur bekannte Dinge, an die ich glaube, da hast du auch eine ganze Menge Sachen wiedererkannt, oder? Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, also jetzt über dieses Queen-Modiv hinaus. Blade Runner auf jeden Fall. Ja, aber was direktes, also, oder meinst du jetzt wirklich was direktes oder mehr so generell, da sieht man Möbius drin, da sieht man Blade Runner drin, also so als Einfluss. Ja, diese Flugzeuge, die über die große Stadt, die leicht beleuchtet ist und so, dann diese Szenen auf den Märkten, die vermutlich in Neonlicht gehüllt sind und da gibt's Essen und so, das finde ich schon sehr. Da hast du diesen asiatischen Einfluss dann eben auch so drin, also ich finde, also stilistisch denke ich schon auch, gehört das so in die Welt, mir ist jetzt einfach nur nicht so eine direkte Referenz, also so, ne, aus Blade Runner rausgenommen und da reingesetzt, ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, aber insgesamt, klar, ist es genauso diese, dieses Universum, in der der Comic so angesiedelt ist, ich finde, wie ich vorhin schon gesagt habe, war so ganz toll gezeichnet, das hat so ein, so einen Indie-Stil, so ein bisschen so wie, wie so Indie-Computerspiele auch, so aus der Ecke, also ich weiß nicht, ob, ob Herr Kiener da in der Welt irgendwie gearbeitet hat, es gibt ja doch viele Illustratoren, die ja auch so für Indie-Games irgendwie arbeiten, aber so, so finde ich gerade so dieses niedliche Mädchen mit diesem niedlichen Bären, der aber doch auch so ein sehr mächtiger Roboter ist und dann eben diese Welt, in der sehr viel los ist, in der sehr viel zu entdecken ist, wo eben auch wirklich so Alltagsszenen gezeigt werden, also rein optisch absolut ansprechend, also allein dafür ist es auf jeden Fall schon ein Genuss, da durch diesen Band zu blättern oder eben in dem PDF zu lesen, wo man nicht blättert und wo, wo ich nochmal drüber sprechen wollte, aber vielleicht wollte die erst mal was zu den Zeichnungen sagen. Das Ende von dem PDF haben wir alle als abrupt empfunden, da ist dann wirklich wieder der Vorurteil am haptischen, da weißt du dann, wenn du auf der letzten Seite bist, da hatten wir alle diesen Moment, das war's jetzt? Also da ist manchmal echt das haptische, manchmal die bessere Alternative. Das ist eben genau das, was ich besprechen wollte, weil wir alle, als wir in unserer Textgruppe mal drüber gesprochen haben, das so ein bisschen als abrupt empfunden haben und ich mich tatsächlich eben gefragt habe, ist das jetzt wirklich eben, weil ich es als PDF gelesen habe und nicht wusste, das ist die letzte Seite und wäre das, wenn ich es als Buch lese, anders, wenn das wahrscheinlich auch die linke Seite in dem Buch ist und ich als Doppelseite eben sehe, rechts geht die Geschichte nicht weiter, sondern da ist dann entweder eine weiße Seite oder was auch immer oder so und eben auch beim Blättern merke ich ja, ich nähere mich dem Ende der Geschichte und das ist etwas, was ich ein bisschen schwierig finde, auch jetzt eben so in der Rezension des Comics darüber was zu sagen, ist das abrupt erzählt, dass es wirklich so abrupt endet, also könnte man da erzählerisch was anders machen, dass es nicht ganz so abgehackt wirkt, wahrscheinlich schon in Parenthese, aber dann eben auch dieses PDF versus Printwerk, wo ich dann wirklich durch das Umblättern ja merke, ich komme dem Ende entgegen und es dann vielleicht nicht als ganz so abgehackt empfinden würde. Habe ich keine eindeutige Antwort drauf, finde ich aber einen Aspekt, über den man prinzipiell mal so darüber nachdenken kann, eben wenn es immer darum geht, Print versus PDF. Naja, also ich würde schon sagen, das ist wirklich auch der, wenn man so will, ich liebe diesen Comic, ich finde den sehr gut, ich habe damals irgendeinen schlauen Satz gesagt, den die Edition Moderne, den Verlag, die das Ding hier veröffentlicht und sogar für Werbezwecke benutzt und zitiert mich damit, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemeint habe, also ich finde das Ding echt gut, aber wenn es halt schon ein Problem gibt an diesem Werk, dann ist es generell halt der Spannungsaufbau und das Ende. Also es geht ja irgendwann darum, dass wir halt jetzt so dieser Firma wollen, weil diese Firma dafür sorgen kann, dass unser Roboter umprogrammiert wird und dann die Suche nach der Mutter endlich losgehen kann. Okay, wir sind irgendwann bei der Firma, aber da kommen ja irgendwann noch ein paar Seiten und dann muss man irgendwie noch flüchten von der Firma, dann muss man noch gegen irgendwelche, wenn man so will, Monster kämpfen, Chimären und dann ist plötzlich auch noch der Akku alle und dann passiert nochmal was, und es kommt innerhalb von kürzester Zeit ganz viele Sachen auf einmal und dann ist es vorbei. Also es wirkt super unrund und das scheint mir letztlich einfach auch, das scheint mir handwerklich nicht so prall zu sein. Das wäre der einzige Kritikpunkt, den ich an der Stelle habe. Patrick, du wolltest da einhaken? Ich hatte da auch noch einen kleinen Kritikpunkt, wie sie diese Blockade bei dem Androiden umgehen. Es wirkte die ganze Zeit wie so ein unlösbares Problem und dann wurde das auf einmal auf zwei Panels gelöst. Also sie macht den Kopf auf in bester Terminator-Manier, macht dann so eine Wand raus und damit ist die Blockade behoben. Ich fand das irgendwie zwischenlustig und okay, das war es jetzt schon. Da habe ich kurz gelacht und dachte dann, finde ich das jetzt gut oder schlecht? Fahre ich unentschlossen. Was das abrupte Ende angeht, glaube ich schon auch, dass da gestalterisch noch ein bisschen mehr rauszuholen gewesen wäre. Andi, du hast das ja schon ganz gut beschrieben, was die Handlungsführung angeht, dass das so ein bisschen abrupt wirkt. Aber ich finde auch gestalterisch, wenn man sich das mal vorstellt, ich lese das als Buch und habe so dieses Umblättern, diesen Umblätter-Effekt. Die letzte Seite ist dann die linke Seite im Buch und wenn man das dann wirklich so als Ganzseiten-Illustration dann auch hat, also so ein großes Abschlussbild mit einer letzten Sprechblase oder so, die so ein bisschen diese Offenheit auch darstellt. Ich glaube, da ist dann so dieser Effekt des offenen Endes auch nochmal stärker, als es hier ist, wo eigentlich doch die letzten Seiten alle sehr gleichgestaltet sind, immer mit ein paar kleinen Panels und einem größeren Panel und finde da so dieses große Schlussbild hätte da nochmal so einen stärkeren Schlusseindruck auch hinterlassen können. Also du meinst so ein ganzseitiges Panel mit dem Schlussbild? Eben, ja. Okay. Breedstorm, wie hat dir so der Spannungsaufbau und die Handlung, vor allem der Verlauf der Handlung, wie hat dir das gefallen? Denn, sag ich mal, mit Story-Aufbau kennst du dich ja nun auch ganz gut aus. Ja, am Anfang dachte ich, wo diese Intro-Sequenz kommt, wo wir die Welt so ein bisschen vorgestellt bekommen, okay, hoffentlich dachte ich erst, hoffentlich ist das nicht das ganze Comic durch so, aber als dann diese, ja, diese, diese, ja, wie soll wir das nehmen? Road-Movie ist es auch nicht so, so Road durch die Apokalypse Story losging, da hatte ich eigentlich sehr schnell meinen Frieden mit dem Ding. Ja, und gerade so dann im Verlauf, wir hatten ja dann dieses Highlight mit dem Moment, wo sie letztlich auch diese Firma treffen und ab dann kommen noch so drei, vier kleinere Highlights und dann ist es zack vorbei. Ist dir das irgendwie übel aufgestoßen? Ja, das Ende ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich weiß halt nicht, ob er gesagt hat, okay, er macht jetzt was anderes oder halte ich mir das bewusst frei, um noch ein Band 2 zu machen, da habe ich leider keine Infos zugefunden. Aber ich glaube, Andi hat da Infos dazu. Ich glaube, Andi hat da Infos zu, ganz genau, welche das sind, das müsst ihr euch dann selbst anhören, weil ich genau diesen Ausschnitt hier gerne im Anschluss unserer Besprechung noch anfügen werde. Bleibt also unbedingt dabei, da gibt es auch noch ein paar Ausführungen zum Andreas selbst, da gibt es noch so ein paar Infos dazu, was er sich eigentlich so gedacht hat beim Worldbuilding. Also wenn ich mal so einen Punkt, an den ich mich grob erinnere, nennen darf, dann ist es ja generell mal auch das Essen. Was essen Leute eigentlich, wenn die Meeresspiegel gestiegen sind und du nicht nur auf dem Berg lebst, sondern auf Häusern, die auf Häusern stehen, die auf dem Berg stehen? Also da gibt es nicht mehr so viele Optionen und soweit ich mich dunkel daran erinnere, hat er zwei oder drei Säugetiere in diesem Comic untergebracht und da ist wahrscheinlich nicht der Roboterbär mit gemeint. Und diese zu finden, ich habe es bei der Zweitlesung jetzt echt versucht, aber es gelang mir nicht, das könnte eine Aufgabe sein im Rahmen des Lesens hier, weil es ja teilweise doch wirklich einige Details im Hintergrund zu entdecken gibt, ist schon wirklich, ich habe es gemeint, wie so ein Wimmelbild für mich auch irgendwie zu verstehen. Also er hat sich auch Gedanken um sowas gemacht, ich finde wirklich, also ich bin richtig hängen geblieben an diesen Massenszenen, auf Märkten, diesen Stadtszenarien, wo sie halt rumlaufen und ja einfach Menschen aneinander vorbeilaufen und die haben irgendwie halt einen normalen Alltag zu bestreiten. Das hat mich vor allem so nachhaltig, ja, interessiert und auch fasziniert ein Stück weit. Da seid ihr herzlich eingeladen mit uns vor allem auch über Details im Artwork auch zu sprechen. Es sind jetzt schon ein paar Monate vergangen, seit das Ding erschienen ist. Unsere Protagonistin heißt auch Ali. Finde ich auch spannend. Das kenne ich jetzt als Frauenname oder als Mädchenname nicht so. Wahrscheinlich Ali. Es gibt ja auch den Namen Ali. Schauspielerin Ali Later oder Later. Hätte ich mit E jetzt aber eher geschrieben Elisabeth, weißt du? Also es gibt im Englischen durchaus, es gibt Frauen, die ALI heißen im englischen Sprachraum. Das schon. Aber du hast schon recht, also bei uns jetzt gerade im deutschen Sprachraum eher unbekannt so. Ja, ich würde sehr viel mehr noch lesen wollen. Ich will eigentlich alles wissen. Ich will gerade diese ganze Geschichte mit dieser Berechenbarkeit der Zukunft. Das will ich alles wissen. Ich hätte gerne noch mehr auch so ein bisschen Details zur Vergangenheit. Also wie kam es eigentlich zum steigenden Meeresspiegel? Wobei das ja eigentlich irgendwie wahrscheinlich auch selbsterklärend ist. Aber all das sind Sachen, da will ich mehr wissen. Will ich wirklich wissen, wie das mit der Mutter und der Oma war? Oder ist das eigentlich gar nicht so interessant für mich? Da bin ich noch ganz offen. Also lieber Andreas, da ist dein Moment gekommen. Du kannst jetzt hier Teil 2 bereits der Edition Moderne pitchen. Ich würde es kaufen. Das PDF für das Leseverhalten, ich glaube, da hatten wir uns jetzt auch drüber unterhalten. Da hatten wir, glaube ich, jetzt viel auch zum Artwork gesagt. Letztlich auch zum Coloring, das minimalistisch daherkommt. Aber ich finde, es funktioniert. Und ich glaube, ich habe jetzt echt alles gesagt zu Unvermögen. Andi, wie sind deine abschließenden Worte? Ich empfehle den Comic. Ich finde den sehr gelungen. Und jeder sollte sich den mal anschauen. Breedsom, würdest du widersprechen? Den kann man gut lesen, oder? Und Patrick, dir bräuchte man das, glaube ich, auch nicht aufquatschen. Du bist ja auch Science-Fiction-Fan. Ich bin ein ziemlicher Science-Fiction-Fan. Das Szenario, die Wimme-Bilder, das hat mich alles angesprochen. Ich würde da gerne mehr von lesen. Also, hau ein Sequel raus, egal in welcher Version. Was heißt denn eigentlich Arete oder Arete? Das sind so, das sind immer mal so. Gehenbleiben. Ist das französisch? Arete. Was für eine Sprache? Oui. Französisch. Das ist französisch. Schön. Wieder was gelernt. Schön war's, Jungs. Das war die Ausgabe der Comic-Cookies mit der Nummer 129. Ich freue mich tierisch, dass ihr, liebes Publikum, bis jetzt hierhin durchgehalten habt. Es folgt für euch noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview, das ich geführt habe vor einer halben Ewigkeit mit dem Andreas. Wenn ihr also noch mehr zu ihm wissen wollt, über ihn wissen wollt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, da die volle Ausgabe beim Tele-Stammtisch zu hören. Alle relevanten Dings wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf den Social-Media-Plattformen eures Vertrauens. Seid so nett, kommt mal rum bei Telegram und Signal. Da könnt ihr mit uns eine Runde über die Comics hier chatten, über die wir hier heute gesprochen haben. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann nutzt doch die Gelegenheit, uns mal zu bewerten. Ihr könnt die Comic-Cookies finden auf zum Beispiel Spotify, wo man Punkte und Sterne vergeben kann. Das würde uns freuen. Ihr könnt uns auf YouTube nicht nur abonnieren, ihr könnt uns da auch irgendwelche Daumen nach oben geben. Ihr könnt auf Apple Podcast Sterne vergeben oder sogar einige Podcatcher können das. Meiner zum Beispiel Podcast Addict. Überall da gibt es Möglichkeiten, Podcasts zu bewerben. Und ich sage mal so, die Comic-Cookies, die könnten noch ein bisschen Liebe und Bewertung vertragen. Wäre voll toll. Würden wir uns mega freuen. Und dann möchte ich an der Stelle einfach mal einen lieben Dank da lassen. Vielen Dank an den Andi, an den Patrick und an den Breedstorm für die Zeit, fürs Besprechen und ich freue mich schon. Aufs nächste Mal. Tschüss. Auf, auf und davon. Ja, ich schließe mit einem Zitat. Werde ich je wieder einen blühenden Haselstrauch sehen. Stammt dieses Zitat A von Judas Iskariot oder B von Pips dem Eichhörnchen? Tschüss. Ciao. Ciao. Ein Thema, das mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, wenn wir die Protagonistinnen dabei beobachten, wie sie durch die Stadt laufen, durch die, ja die sehr urban ist, die ganz viele Details hat, über Treppen und über Winkel und hast du nicht gesehen und Leitern und so, ist das Thema Essen. Ja, also was essen die Leute eigentlich? Was trinkt man eigentlich, wenn es keine Tiere mehr gibt? Und so. Wie viel Arbeit oder welche Absichten hast du damit gehabt? War das schwierig da, sich da Gedanken drum zu machen? Also ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht, was ich eigentlich esse. Wenn ich mein Gemüse würde in der Stadt auch nicht so viel wachsen. Natürlich. Wie gesagt, wenn man es zeigen muss, ist man automatisch gezwungen, sich Gedanken dazu zu machen. Ich fand das Thema wichtig zu zeigen, weil man damit automatisch auch zeigt, dass gelebt wird. Und ich möchte das Ganze nicht nur dystopisch halten. Ich denke, die Leute könnten zufrieden sein in einer solchen Zukunft. Und Essen ist ja was Sinnliches und Schönes. Was Menschliches vor allem. Genau. Das möchte ich schon betonen. Und ich denke, das gibt es dem ganzen Leben, wenn man sieht, wie die Leute essen, wie die Leute kochen, wie die Leute verkaufen und kaufen, in einem Wirrwarr von Sprachen sich verständigen müssen. Und natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, es wird natürlich sehr viel, werden Meeresfrüchte gegessen, weil diese Tiere leben ja noch. Und Pilze und natürlich Pflanzen. Es gibt, ein einziges Mal kommt, als kleiner Scherz, kommt ein Säugetier vor. Das habe ich mir erlaubt, auf einer Seite. Aber sonst ist es ziemlich konsequent durchgezogen. Eine Sache zum Ende würde ich gerne fragen wollen. Da werde ich nichts spoilern, aber man kann schon sagen, dass es verhältnismäßig abrupt endet, dein Comic. Und da noch eine ganze Menge Fragen sind, die ich gerne beantwortet hätte, deutet es darauf hin, dass es durchaus Chancen für einen zweiten, wenn nicht sogar dritten Teil gibt? Aus meiner Sicht schon. Keine Ahnung, was der Verlag dazu sagen wird. Peter Guitt revealed Go als Mit zooming, Go als Mit Item, Ja wiederumtodon. Ah. Oh. Oh.